Hier, open. So, wir spielen hier. Zeit maximal, Channel Name Bondra. Games und Movies. Wenn ihr selber schon Getting Over durchgespielt habt, schreibt nichts in den Chat. Ansonsten Schreck 3. So, bam, bam. Und los geht's. Wo ist meine Cam? Hier. Alright. Ja. In dem Spiel habe ich gewonnen. Nebelhorn 91. Glückwunsch. Hier ist ein Preis. Then check this out. Ready now. Oh, oh. Bremse. Bremsen. Ein Monat. Nice. Okay, scheiße. Ich bin echt schon zu spät, ne? Schon zwei Minuten. Fuck. Sommer. So, auf Wiedersehen. Was ist ein Monat in Sekunden? Okay, Big F in den Chat. Für Nebelhorn. 2,6 Millionen Sekunden. So, ich gehe mal jetzt hier raus. Scheiße. Wo ist der Discord von Vlesk? Shit. So, ich gehe mal rein. Wette-Scam. Was ist mit der Wette? 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 So, wo ist Vlesk? Ich finde ihn wieder nicht. Wie sieht ein Vlesk Discord aus? Scheiße. Ich komme da wieder nicht drauf. Wie sieht Vlesk Discord aus? Scheiße. Pink. Der von Hauke ist auch pink. Warum bin ich da nicht drauf? Ich check's nicht. Kann mir noch mal einer den Invite-Link schicken? So, Server hinzufügen. Tritt einem Server bei. Warte mal. Löst mal Wette auf. Was muss ich denn einlösen? Lass mich erst mal drauf. Vlesk.gg? Nee. Scheiße. Wie finde ich denn das jetzt hier? Ich komme nicht drauf. Warum ist es doch immer bei denen? Ich bin es nicht gewohnt, bei anderen Leuten zu spielen. Kann ich das hier kopieren? So. Vlesk. Server beitreten. Ich bin drauf. Nee, zwecks ein Custom-Server. Ach so. Oh, das wäre Ehre. Ich kann das bestimmt auch. Hallo. Also wenn das einer kann, Linda. Also ich habe eine A... Ah, nee. Ich hätte einen Custom-Server, der eventuell gehen kann. Gib mir mal eine Sekunde. Was ist das, wenn die Scheißer-Root abläuft? Ja, das ist der von Dehner. Nee, Dehner. Der explodiert dann in der Server, du. Motocross. Auto-Fahr-Dehner. Brenn, Brenn. Also ich wollte heute New World spielen. Oh, so. Nach zwei Stunden bin ich reingekommen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich bin sofort Gamecrash. Und war wieder in der drei Stunden Queue. Dann habe ich das schon wieder ausgemacht. Habe ich das schon mal angemacht. Wollte nach Acker spielen. Hallo? Ich kann die Wette nicht auszahlen, Chat. Das müsst ihr, da müsst ihr einen Mod bitte fragen. Aber es macht ihr nicht. Irgendwer tollt mich heute extrem hart. Es liegt also an dir. Also ich glaube, Asia lobby geht, oder? Ach so. Ja, aber dann wäre doch ein theoretischer Custom-Server nicht... Ist ausgezahlt. Ah, ja, ja. Geil, geil, geil. Ich weiß es nicht. Der Custom-Server auf jeden Fall besser. Ja. Außer der Custom-Server wie in Asien. Also der Custom-Server geht. Also der Custom-Server geht, den du in Asien Postes hast. Part 2 habe ich gerade ausprobiert. Ja, dann nehmen wir den doch. Der geht. Und auch 5-Ziger-Pink. Ich will trotzdem lieber Autoscooter mit euch spielen. Fahren. Aber nicht die höchst geheime Server-Adresse liegen. Aber die ist trotzdem super. Wo muss ich joinen? Was muss ich tun? Den Connected tun denn auf Custom-Server. Ihr geht unten rechts, wo ihr halt EU, NA und so auswählt, auf Custom. In das obere Feld mit ganzen Sternchen. Ich habe jetzt Sternchen wegen Streamer-Modus. Die Adresse rein. Und unten der Port müsste Standard bleiben. Genau. Ah. Äh, w-w-w-w? Also ich mache Custom-Server. Und Theo, ich erkläre es dir nochmal. Ja. Rechts unten, da ist so eine Weltkugel. Das ist gezeichnet. Ja, ja, ja. EU oder EU. Also Europa, aber mit einem E dahinter. Aha. Ähm, klickst du drauf. Dann kriegt man einen Dropdown oben in der Mitte. Für das erste Drittel in der Mitte oben. Ja. Da steht da North America, Europe, Asia. Und dann steht da Custom. Ja, ja. Da klickst du drauf. Dann klickst du nochmal unten auf die Weltkugel. Und dann hast du ganz unten ein Feld. Da sind ganz viele Sternchen drin. Ja, ja, ja. Und da, da muss dann, was muss da rein, Parzi? Das, was ich gerade im Posten habe. Also oben, oben der, die Adresse, die Franz gepostet hat. Unten drunter der Port, der aber eigentlich Standard sein müsste. Ansonsten fügt ihr den da ein. Ich halte, also ich würde, würde vorschlagen, die Szene zu wechseln, bevor er das macht. Aber mach ich. Hab ich gemacht. Und wie join ich dann, wie join ich dann, wenn ich das eingegeben habe? Ganz normal. Einfach, wenn du das eingegeben hast, dann kannst du ganz normal über den Lobbycode dann joinen, wenn Plastin Post auf. Ach, dann muss noch Lobbycode. Oh, das ist ja so smart. Es muss halt nur unten rechts jetzt Custom stehen und nicht EU. Genau. Wie join ich da? Ach, come on. Ganz normal gleich über den Lobbycode, Tim. Wenn du alles da eingegeben hast, wo jetzt die Sterne bei dir sind, wenn du Streamer-Modus an hast, unter Custom, dann einfach gleich über den Lobbycode. Okay, ich kreuz, jetzt schon mal irgendeiner liegt sowieso. Ich liegt nicht. Oh nein. EU, oder was? Wenn jetzt Streamer-Modus anhält, sind doch alles Sternchen, wenn man was eingegeben hat. Das ist doch immer doch gar nicht liegen. Ja, ja, aber es ist ja trotzdem ein Sicherer-Modus an. Ich hab noch nie geliebt. Was mache ich als nächstes? Das heißt gelegen. Oh, ich bin drin. Tim, du, wolltest du gerade oder ist das ernst gemeint? Es ist ernst gemeint. Dann mal bitte ganz kurz, wenn du die Region auf Custom änderst. Online, Region, Custom. Du bist auf Custom und dann hast du unten zwei Eingabefelder, ne? Oh ja. In das obere machst du die Adresse, die Franz da reingeschickt hat, rein. Und in das untere den Port. Und danach kannst du über Lobbycode und Custom einfach joinen. Das hat sich noch nie so gut angefühlt. Tausend Dank. Matteo, du solltest die Keyboard-Cam ausmachen, wenn die Passwörter einstellt. Welche Keyboard-Cam? Hey, ist gemein. Was, ich hab nicht zugehört. Wurde ich beleidigt? Ich hab schon lange nicht mehr mit dir gespielt, Matteo. Ich hab dich echt vermisst. Ja, das liegt daran, weil du mich nie einlädst, Bart. Ach so. Ich hab noch nie eine Einladung bekommen von dir. Du hast vollkommen recht. Erzählst du nicht mehr, Bart. It works! Matteo, seit wann arbeitest du am Mittwoch? Stimmt. Ich sehe es privat, also ich streame auch nicht. Ich spiele von zu Hause gerade. Oha. Du hattest super viel Lust auf uns mit dem Mongers. Genau. Ja, verstehe ich. Ey, Bless, ich hab gesehen, dass du bei Getting Over It aufgegeben hast. Warum? Dass es ein Müllspiel ist. Was? Gleichspiel, ganz ehrlich. Also Gino sagt immer, wenn man ein Spiel, also wenn man denkt, dass es Müll ist, dann ist man vielleicht selber Müll, bis man es geschafft hat. Sagt Gino, ich habe damit nichts zu tun. Ziemlich jetzt eher herausfordernd oder was wird das? Hast du Getting Over It durchgespielt? Nee, aber es kann nicht so schwer sein. Ich hab gesehen, wie du dich da anstellst. Oh, okay. Nee, dann streamst doch mal, du Fugel. Das neue Challenge. Ja. Dann streamst doch mal. Also du willst sagen, dass ich das nicht schaffe, oder was? Ja, das wollte er sagen. One-Whe-One-Stream. Ich würde sagen, dass du genauso strugglen wirst wie ich. Also ich habe da ein paar Clips halt gesehen, das sah halt so aus, als könnte man da gar nicht so sehr strugglen, wie du das gemacht hast. Matteo, wenn du es unter drei Minuten durchspielst, dann bist du gut. Ja, genau, du stimmst 800 Mal in O&S, so, aber erzählst du mir dann, dass man bei Getting Over It nicht strugglen würde. Oh. Ja, aber okay, na gut, na gut. Dann, du willst also ein Race, oder was? 1 zu 0 für Vlesk, 1 zu 0. Ich liebe es für euch, Berndt. Ich gebe dir einen Stream, einen Stream lang spielst du Getting Over It, so vier Stunden ungefähr hast du Zeit, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen. Aber ich muss doch nicht... Dann machen wir einen Duo-Stream und gucken, wer als erster durch ist. Okay. Aber was ist, wenn ich hier sage, dass ich gerade eben, bevor ich hier in die Lobby reingejoint bin, direkt schon weitergekommen bin als du? Bist du nicht. Okay, dann nicht. Dann glaub dir das wirklich kein Schwein. Gut, dann... Guck ich gerne an, bist du nicht. Okay, alles klar. Gut, dann lass uns doch einfach spielen, oder? Okay. Ich hoffe, wir haben heute ganz viel Spaß. Ja, viel Spaß, viel Spaß. Viel Spaß. Ja, du treuest. Du hast es schon durchgespielt. Und in der Diskussionszone redet der mit dem Reporter als erstes. Viel Spaß. Die Odeckt schon, oder? Ja, okay. Hey, die beste Rolle der Welt. So, okay, geil, wir sind Detective. Viel Spaß. Lass mich raten. Und ihr auch. Hi, Timmit. Danke, Timmit. Lass mich raten, wenn Vlesk Imposter ist, tötet er mich direkt, oder? So. Ich habe hier gerade so einen Clip im Chat. Der Typ, der Gaming Overage spielt, der sieht extrem so aus wie du in 2016. Das ist ja merkwürdig. Das muss CGI sein. So. So, Licht ging aus. Jeff ist ganz komisch hinter uns hergelaufen. Ich weiß aber nicht, warum. Machen wir einen Sound auf 60. Schon jemand tot? Nope. So. So. Machen wir hier mal auf. Ja, mal gucken, ob wir Vlesk dazu bringen konnten, das weiterzuspielen. Ich fände das cool, wenn er das probiert. Weil es ist halt so, es ist so ein geiles Gefühl, Getting Overed durchzuspielen. Also Getting Overed durchspielen fühlt sich geiler an, als Dark Souls durchzuspielen. Wobei man sagen muss, Vlesk hat ja auch schon Dark Souls No Death durchgespielt. Das habe ich selber noch nie geschafft. Deswegen. Unlucky Timing. Ich weiß ja nicht. Timing ist ein gutes Stichwort. Unlucky Timing. Was heißt Timing? Der ist schon ein bisschen länger tot. Timing Master? Nee, tatsächlich nicht. Der ist noch nicht so lange tot, weil ich den, bevor ich unten in der Natur reingegangen bin, noch oben gesehen habe. Jeff liegt oben im Security, so quasi zwischen, äh nicht im Security, zwischen Security und Electrical. Wenn man quasi diese, diese lange Strecke da hoch geht. Und Licht war aus, ich bin nach oben gelaufen und wer mir entgegengelaufen ist, ist es leider Vlesk. Ich habe dich gesehen, auch wenn es dunkel war, weil du direkt durch mich durchgelaufen bist. Ja, klar. Deswegen ging es stark offen aus, dass du den Kill da gemacht hast und dann halt runtergelaufen bist, in der Hoffnung, dass du niemanden crossst. Also entweder du bist eine kleine Lügenbacke oder jemand hat, ich stand da, ey, ihr lasst mich jetzt, hört jetzt, ihr Ruhe. Ich war gerade in Weapons, ich weiß nicht, mit wem ich zusammen meine Weapons-Task gemacht habe. Ich bin gerade eben in der Natur reingelaufen und habe unten in der Natur einen Müll rausgebracht. Kann ich bestätigen. Und dann wurde reportet. Dann wurde reportet. Ich stehe gerade am Müll unten und ich bin safe nicht oben bei Security. Da muss mich jemand gemorpht haben. Ich habe aber nicht so gut aufgepasst. Ich habe auch über Matteo geratet. Du stehst gerade am Müll, weil du mir in dem Durchgang entgegengekommen bist, so nach oben. Ja, ich bin gemorpht worden. Ich stehe unten gerade am Müll. Wer stand dann bei Weapons neben dir? Dann kann ich nicht mehr. Aber irgendwer stand da auf jeden Fall neben mir. Weil wenn da keiner sagt, hey, vielleicht stand ein Weapons neben mir, dann bist du wohl von oben Elektrical gekommen. Nee, aber guck mal, Baso passt es nicht, dass die Person, die neben Vlesch an den Weapons ihn gemorpht hat und dann einfach hingelaufen ist und gekillt hat? Wie soll er dann oben von Elektrical da rauskommen, wenn er in Weapons war? Also morphed in Weapons, läuft zum Vent, ventet rein bei Camps, morphed sich, geht raus, macht den Kill und cross dich, wenn Lights Out ist, damit du ihn siehst. Weil warum sollte ein Killer bei Lights Out dich crossen? Das heißt, dass unten im O2, wo Vlesch jetzt gerade steht, zwei Vleschs stehen müssen, weil Vlesch steht ja am Müll und der Vlesch, der gemorpht wurde in Anführungsstrichen, ist mir ja auch gerade von da entgegengekommen. Kann ich nochmal, Timit, fragen, warum du sagst, dass die Leiche ein bisschen älter ist? Ich stand jetzt Lifeline die letzten sechs Sekunden und die ist ungefähr sechs Sekunden alt. Also Wahrscheinlichkeit, dass das gemorpht war, ist schon gegeben, weil wenn Light Out, also wenn das Licht aus ist, als Imposter ist es eigentlich relativ einfach, nicht durch andere Spieler durchzulaufen, dass sie einen sehen. Deswegen weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass Linda das gesehen hat, was sie sagt, aber trotzdem würde ich schätzen, dass... Das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Na gut, wir machen mal Task weiter. Wir können mal... Ich habe nichts in Specimen. Wir können trotzdem aber den Weg durch Specimen nehmen. Einfach nur, um sicher zu sein und von da aus in Admin zu kommen und zu schauen, ob noch alle leben. Es wäre natürlich jetzt unangenehm, wenn der Killer hier drin ist. Wer ist in Orange? Wer ist Orange? Wer ist Orange? Warum fickst denn niemand? Oh, ist es bei mir drin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also Blast, es tut mir jetzt leid. Ich muss jetzt leider voten. Fuck. Ich habe Bart gefunden. Ich habe Bart gefunden im Office, quasi zentral im Office. Ich war gerade in Autour, da habe ich Blast gesehen und Parzival. Bin dann kurz in Coms rein, bin dann aus Coms raus ins Office rein und Jiburi kam mir entgegen. Die ist Richtung Autour gelaufen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht von Office kam. So, ich... Jetzt ein paar Sekunden bitte, bevor ihr mich voten werdet. Ähm... Ich war mit Parzzy am Light und bin danach in Coms rein gelaufen. Da warst du ja Terste mit mir, oder? Äh, ne. Ich habe eine Oberbeier. Jetzt gerade in Coms. Jetzt gerade war irgendwer mit mir in Coms. Wer war denn das? Also ich war in Coms, aber ich habe dich nicht gesehen. Aber ich weiß, du kannst den Kill an Bart nicht gemacht haben. Ich kann keine beiden Kills gemacht haben. War das Bart mit mir in Coms gerade? Nee, Bart ist in... Terste sagt doch, er ist in Coms. Terste sagt doch, er war da. Nein. Ja, aber da musst du mich ja gesehen haben. Ich bin ja gerade reingelaufen. Ich war vorher in Coms. So, und Vlesk, warum kannst du Baso nicht getötet haben? Ich war mit Parzzy im Light, bin sofort in Coms reingelaufen. Aber Terste, in Baso liegt ja... Wo liegt denn die? Das ist eine gute Frage, aber ich gehe davon aus auch da irgendwo links oben Vlesk, weil ich habe Baso da tatsächlich irgendwann gesehen, genau wie Terste, der da auch irgendwann mal im Autourraum war. Terste, wo hast du dich leicht gefunden? Es muss doch eine Person geben, die auf jeden Fall mich in Schutz nehmen kann oder nicht. Also, ich würde Vlesk in Schutz nehmen, ja. Ja, ich glaube auch, dass du den Baso kill nicht mehr. Ja, ich glaube auch, dass du den Baso kill nicht mehr. Ich würde ja einfach so in Schutz nehmen. Also, ich würde Vlesk jetzt nicht passen für den Kill auf jeden Fall. Ich würde eher Jiburi betrachten, ne? Seid ihr angetrunken oder so? Ja. E... Äh... Terste, sagst du uns nochmal... Also, wir können doch jetzt hier nicht Vlesk voten, oder? Terste, kannst du uns nochmal sagen, wen du wo gefunden hast? Es ist nicht Vlesk! Ich habe Bart gefunden, zentral im Office. Nee, es sind Shiburi und Vlesk. Und Shiburi kam da in der Nähe mir entgegen. Aha, okay, das könnte sein, Fanz. Es ist wirklich nicht Vlesk. Haben wir einen Nice Guests da drin? Nee, ne? Ja, das hat sich jetzt gerade... Mir ist das schon klar, warum ihr euch auch das helft. Deswegen sage ich das und call das auch so. Das ist der einzige Grund, warum ich das verteidige, Franz. Ich hab mich geproovt in der Runde, aber ich konnte leider nicht mehr, falls ihr das versteht. Ich hab jetzt noch mal geskinnt, aber nächste Runde ist schwierig. Es ist so schön, dass du wieder da bist, aber wenn Basu stirbt, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt kein Loverkill war, dann haben beide gekillt, dann ist Franz eigentlich safe. Dann ist Franz eigentlich safe, aber wenn es ein Loverkill war, dann ist Franz gar nicht safe. Will er mich killen? Ich will eigentlich nicht mit Leuten rumlaufen, wir müssen Storage noch machen, aber das will ich eigentlich nicht. Wir können ins Labor, niemand tut, wir gucken mal, was der Stein bringt, gucke mal, was der Stein bringt. Ich wäre ja gerne Time Master mit dem Stein benutzen, das wäre so geil, das wäre so geil, den Stein zu benutzen mit Time Master. Oh, Blaise ist einfach vorbeigelaufen, der hätte, glaube ich, einen Kill-Button gehabt, oder? Scheiße. Warum laufen Timmit und Franz zusammen rum, grün, 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 grün ist hinterm Stein, versteckt sich. Grün versteckt sich hinterm Stein, das ist der Oberbayer, ne? So, Blau kommt aus, hier ist Rot drin, also Dings. Oh, oh, Licht geht aus, Oberbayer ist hier. Oh, oh, ich will hier nicht sterben. Oh Gott, mein Herz, ey. Franz, wo bist du? Ich bin ein Lifeline, nachdem wir, egal, ich muss reden. Egal. Ich weiß nicht genau, wo er liegt, wir sind gerade zum Lightfix gelaufen und ich habe auf dem Weg zum Lightfix, kurz vor Electrical, rechts daneben, einen Report-Button bekommen und das ist Parzival. Ich dachte, Parzival ist ein Poster tatsächlich, deswegen verwirrt mich das ein bisschen. Matteo ist es nicht, Terster ist es nicht, Oberbayer ist es nicht. Ja, der ist gestorben, als wir nach oben gelaufen sind und ich kann sagen, dass Oberbayer, Matteo und Franz in Office waren mit mir und Djiboury und wir sind zuerst zum Lifeline, äh, zum Lightfix gelaufen. Sprich, ich würde Oberbayer, Terster, Matteo eher rausnehmen. Ne, Franz, Oberbayer und Matteo, so richtig. Und Terster kam aus Specimen. Genau, Terster kam aus Specimen. Franz, Oberbayer, Matteo. Ich stehe in Lab beim Bora. Ich glaube, da ist Timmid gerade auch durch mich durchgerannt noch. Ich suche gerade tatsächlich Franz in Lab, aber ich dachte... Muss ich aber anmerken, dass Terster gerade bei mir, wo es Leid aus war, vom Vent kam in Edmund, ne? Von der Nähe. Ja, aber der ist eh zu. Aber die Leiche von Parzival liegt ja voll. Franz, du bist doch mit Matteo in Lab reingelaufen, ne? Matteo ist zur Rakete und ich bin ein Zweiter, ja. Es kann halt sein, Djiboury, dass wir vielleicht irgendwie gewarlockt waren im Dunkeln. Seid ihr alle gemoved gerade? Ja. Also das mit dem Warlock, das jetzt ein bisschen, weiß nicht. Also... Ja, weil ich mir sonst nicht vorstelle, also Tim und Tim könnten Impostado sein und sich gegenseitig in Alibi geben. Ja, glaube ich auch, ja. Ähm... Ich... was? Das Ding ist halt, dass Tim Horus gerade so gesagt hat. Ja, aber wir haben ja auch einen guten Grund dafür. Aber... Tim Horus hat gerade gesagt, aber ich glaube, Timmid ist gerade durch... Ja. Kann ich sagen? Ich meine, man denkt sich's doch eh, oder? Mach's einfach, Djiboury. Wenn die Runde wieder anfängt... Ja, Lester ist nackig. Der hat keine Rolle mehr. Ja, und wenn die Runde wieder anfängt, dann benutzt es einfach so. Dann wissen die Leute immerhin, dass wir beide safe sind, so. Ja. Dann werden wir rausgegessen haben, oder? Ja, dann muss ich aber jetzt auf Tim mitpushen, weil der war da in der Nähe. Nein? Ja. Tim war Lab. Ich war... Ich war wirklich nicht in der Nähe. Ich war mit Franz Autoum. Ja, aber ihr zwei seid die einzigen... Die Leiche ist gerade eben fabriziert worden. Wie können wir denn jetzt irgendjemand anderen voten hier? Verstehe ich nicht, ja. Wieso voten wir denn noch immer nicht Vles? Hä, Vles kann kein Imposter sein! Ich habe ihn geschiftet! Ich habe ihn geschiftet! Ich habe ihn geschiftet! Ja, fix jetzt einfach, dann rafft Franz das auch mal. Ja, okay. So, also Vlesk war... Vlesk war der Engineer. Djiburi hat seine Rolle geklaut und ist jetzt Engineer. Hat gefixt... Wo sind denn hier noch Tasks? Ich muss noch ganz viele Tasks machen. So, damit, wenn die beiden es nicht sind und direkt neben denen gekillt wurde, dann kann bleiben eigentlich nur noch. Äh, ja. Also, okay, jetzt wirst du jetzt ja 100% Arvin. Ich werde jetzt vielleicht gegessen oder im Lesk wird gegessen, aber ist ja egal, damit sind es ja Timmit oder Tim Horus. 100%, weil die anderen sich ja alle rausnehmen können. Und ich würde halt mit Timmit anfangen, weil Tim Horus die Wahrheit sagt. Meine Logik geht meiner Meinung nach immer noch nicht auf, weil du sagst, wir beide sind es, aber es gibt so viele, die sich zu zweit rausnehmen, die sind immer noch... Die anderen nehmen sich zu viert raus. Ja, ja. Die anderen nehmen sich zu viert raus. Das heißt, nur noch Timmit und Tim Horus bleiben übrig. Also... Ich glaube, es war auch kein... Ja. Ah, danke schön. Also, jetzt bestätigt. Also, okay. Das Problem ist, wir müssen jetzt einen rausvoten, weil nächstes Meeting, wenn der Evil Gesser dann immer noch lebt, wird er Djiburi killen. Der Evil Gesser lebt noch. Ja, ich würde Timmit rausvoten. Ja, ja, ich meine, wenn er dann noch lebt nach dem Voting. Achso. Wir müssten jetzt im Voting den Evil Gesser versuchen. Ich würde ja Tim Horus rausvoten, ne. Weil Timmit kann den ersten Kill nicht gemacht haben. Da war der an Vitals. Da habe ich den gesehen. Mhm. Also, ich will den jetzt nicht... Mir ist das egal. Und wie hast du mich da gesehen? Ich weiß nicht. Da war ich auch an Vitals war. Fünf Sekunden vorher. Ich glaube, du hast den Poster-Vision. Terste. Ja, wahrscheinlich. Nee, Terste fällt komplett raus. Der war einmal in... in... Specimen. Und dann an der Lifeline. Wir wandern zu dritt. Mit Oberbayern und mit Frank. Okay. Ey, ich fange jetzt an, Tim Horus zu warten. Der nervt mich jetzt hier so. Jetzt geht's los. Ich würde gerne noch wissen, was der erste letzte Runde gemacht hat in Edmund, dass er vom Vend kam. Also, von der Vend-Richtung in Edmund. Kein Moment. Guck mal, also Vlesk wurde doch gerade rausgegessen. Ich call doch jetzt nicht meine Runde, damit ich gleich gegessen werde. Naja, da war er doch schon zu. Irgendwie komisch, dass du jetzt... Vor allem, wenn du von dem Vend gekommen bist und kein Engineer jetzt bist, wenn Jiburi wirklich die Wahrheit sagt. Niemand anderes sagt, dass er gerade gefixt hat, so schnell. Und Vlesk meinte ja gerade auch zu mir... Aber dann muss der erste ja eine Imposter-Rolle haben, weil er nichts anderes kann wenden. Ja, ich finde, das war von Oberbayern. Wer solltet ihr darüber wissen? Das habe ich jetzt so ein bisschen gesagt. Hey, ich dachte mir, er ist Security-Guard oder so. Habt ihr jetzt dem Horus gewotet? Weil wir müssen ja einstimmig voten. Ich habe dem Horus gewotet, ja. Ich bin da eher bei Timmit. Jetzt auf einmal! Aha, jetzt auf einmal, ja. Dann vote ich dich auch, Tim. Okay. Oh nein. Also, ich finde, Oberbayern jetzt irgendwie sass, ne? Weil er hat nochmal called, ne? Schon zwei Tage. Ja, aber ich wurde vom Vleske ausgenommen worden, ne? Hm, okay. Okay. Wir müssen jetzt nur noch am Leben bleiben. Ich kann ja... Mach nur mal auf, aber ich gehe nicht rein. Ich würde eigentlich ganz gerne bei Jiburi bleiben, weil Jiburi werden sie jetzt nicht töten. Weil, wenn noch ein Evil Guesser drin ist, dann werden sie Jiburi aufheben, um sie in der Voting-Runde zu killen. Das heißt, wenn jetzt ein Kill passiert, und wir dann voten... Ja. Hier ist doch Jiburi. Hier sind gerade ihre Spuren. Und Oberbayern läuft hinterher. Oberbayern und Teste sind hier. Ist noch niemand dort. Stellen wir uns mal ganz kurz hier in die Ecke. Die warten beim Leid. Die warten beim Leid, um einen zu killen. Äh, so. Jiburi ist tot. Ja, sie wird beim Leid einfach sein. Ich war so aufgeregt, ich hab die Tür nicht aufbekommen. Ja, genau. Aber liegt in Koms. In Koms, okay. Wie lange ist die Leid schon tot, weiß es jemand? Die ist kurz nachdem gefallen, nachdem Mantel und Teste auch vom Live-Name weg sind. Aber... Ich glaub, zeitlich kannst du das nicht schaffen. Zwei, drei Sekunden dann auch. Äh, ja, okay. Na, okay. Schade, Matteo. Scheiße, ne? Naja. Naja. Ja. Bei der einen Runde wurde der Mantel rausgenommen vom Fless. Ich, Terste. Also, ich würde jetzt auch Timmid voten und dann war's das. Aber warum hast du denn, ähm, Jiburi gekillt? Da hättest du doch nochmal Evil-Guessern können. Ah, weil Tim Horus Evil-Guessern war, ne? Mhm. Ah, okay. Ich verstehe. Wir haben auch, äh, Gott sei Dank Slide noch aus, wenn's nicht richtig ist. Mhm. Ja, aber wird dann mal... Okay. Wird eine knappe Nummer. Aber Timmid wird schon stimmen, ne? Schwierig. Ja, das wird schon stimmen, Matteo. Wird schon stimmen, ne? Ja, ich denke. GG, wer war's? Ich. Echt? Ja. Lol. Starke Runde, Matteo. Ganz starkes Ding. Will-Guessler. Matteo ist actually cracked. Also das war ein Morph von Vlesk, oder was? Hast du das Vlesk gemorpht? Ne, war's nicht, aber ich hab den Clip ins Discord gepostet, weil bei mir sah es so aus, als wäre Vlesk genau von der Leiche gekommen und dann drei Sekunden später find ich die Leiche so. Natürlich bin ich das auf jemand anderen. Ja, absolut. Ich kam vom Müll, aber ich war in Wirklichkeit in den Kabeln und hab das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Ach so. Kamst du nicht von oben, genau. Gut, dass ich... Uiuiuiui. Ich bin von unten rein, ich hab Müll gemacht, aber danach noch die Kabel. Und das hab ich halt nicht ganz gerafft gehabt. Ich hab den Clip reingepostet, bei mir kamst du von oben. Ey, ich hab schon wieder an mir gezweifelt, weil ich stand grad an der Mülltask. Aber es war ja auch alles in Ordnung, ich meine, mich hat ja niemand gekickt. Äh, dass Franz mich halt noch gevotet hat, nachdem Chiburi und ich zwei Rollen gecallt hatten, war das auch so weird einfach. Ja. Also wir wollen doch nicht bei... Franz, wir können doch nicht bei 8 Rollen einfach so, wir sind Shift and Engineer. Wenn Shift and Engineer drin sind, sind wir doch komplett am Arsch. Das macht doch kein Imposter. Brrrr. Ich wollte dich raus haben, damit die potenziellen Imposter nicht auf die Geschichte aufspringen und wieder am Ende auf den letzten paar Metern verlieren. Ah ne, das war mal. Das wär der Gedanke dahinter. Aber ich versteh schon, ich versteh auf jeden Fall, wieso ich das was war so. Das ist überhaupt keine Schwerbe. Mie, 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 mie. Nee. Ich hab auch gar nicht gerafft, wenn ich gecrossed hat oder so, aber es war eh kein Morphling. Aber wir hatten schon einen Morphling. Ja, ja, das war lucky, dass wir einen Morphling drin hatten. Ich hab auch erst gedacht, dass Timmy dich gemopft hat, aber du bist halt einfach lang gelaufen. Äh, viel Spaß. Wir hatten Timmyth, wir hatten ihn. Viel Spaß. Naja, viel Spaß. Viel Spaß. Naja. Spiel. 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 Äh, okay. Ich bin Seer. Also Seer ist ziemlich nice. Aber ich tendiere dazu, als Seer oft zu sterben. Das ist nicht so nice. So, Cam ist an. Cam ist an und ich bin eingesperrt. Das ist ziemlich gut. Ich bleib mal bei der Cam und hoffe, dass wir nicht zusammenspielen. Äh, da ist Parzi. Cam ist noch an. Ist niemand tot. Bleiben nochmal an der Cam. Ich müsste eigentlich ins Labor. Da waren auch gerade ein paar Leute drin. Oberbayer und Jiburi sind an der Lifeline. Cam ist an. Das ist gut. Jetzt geht Licht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kill. Aber wo? Das musst du mir jetzt erklären, Linda. Erklärst du mir bitte? Ja. Also, Linda war mit Chris in Camps und jetzt ist Chris tot. Jetzt hat's die Rache von letzter Hund. Ja. Ich glaube schon. Es war so klar, dass das kommt. Ich war mit Chris in Camps mit ihnen in Anführungszeichen. Ich bin nur so ein bisschen reingedippt. Bin unten in der Tuba reingelaufen. Habe meine Schiebetask im Baum gemacht und bin gerade wieder hochgelaufen. Ein paar Work in Camps. Kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, wie du kurz reingedippt bist? In den Raum. Nicht in irgendwas anderes. Kannst du das bitte kurz beschreiben? Nein, ich wollte gerade sagen, was anderes wäre ja nicht so schlimm. Es gibt einen sehr, sehr leckeren Senf. Ich war es nicht. Was ist denn Lieblingssenf mittelscharf? Ich habe alles gesehen. Ihr seid nämlich alle in 3D. Das ist richtig fancy. 3D? Oh Gott. Wie sieht die Map aus, so mit der Brille? Richtig. Also, wuuu. Wuuu. Ob das bei euch genau so ist hier? I doubt it. Ich kann die Oberbayern rausnehmen und Jeff, die war nämlich in der Office. Ich wollte jetzt Basu mal nicht, ne? Ich war das wirklich nicht. Ich war unten in dem Bauchraum. Ne, Basu ist ja Schifter. Ich kann hier Bart und Terz rausnehmen. Bart und Terz sind am Anfang, ja, in Camps. Ich bin, also ihr könnt mich nicht rausnehmen, weil ich bin aus Lab ja wieder raus und über Lifeline dann nach unten rum ins Beste, aber ich weiß, dass die auf keinen Fall links gewesen sind. Du bist jetzt am Ende wieder reingekommen ins Beste. Ja, ja, ich stecke gerade neben euch. Ich habe kurz 1 bis 10 gemacht und bin jetzt an Simon Says. Also Bart war es hundertmal nicht. Also, ich glaube, es ist Linda, aber ich werde sie nicht voten, die ganze Runde. Ach, Tim Horis, jetzt überleg doch mal, wäre ich so schlecht und dumm, dass ich da den Kill machen würde, wenn du davor auch noch da warst und dann weggelaufen bist? Na, manchmal muss es doch spicy sein. Ne, da ist gar nicht spicy dran. Aber ich werde dich nicht voten. Ich werde dich nicht voten. Ja, Tim. Die ganze Runde. Ich vote dich auch nicht, Tim Horis. Okay, Ehre. Wir beide Handshake. Was denn das für Abmachung? Das darf man gar nicht. Tim Horis, wenn er jetzt ein Vote auf Basel ist, was du willst, oder? Was? Nein. Hallo? Hallo? Echt? Jeff, wo warst du denn? Auf einmal ist der Bait wieder aktiviert. Nee, ich war gerade... Jeff war im Office. Jeff war im Office mit mir auf uns. Okay. Und Parzival ist ein Specimen rein für acht Sekunden. Aber Timoth, ne? Dass du den gleichen Skin hast wie Jiburi, ist ohne Namen. Ja, ich habe ihn auch deswegen gevotet. Ja, macht euch mal bitte verschiedene Skins, wenn wir schon keine Namen haben. Das ist echt verwirrend. Ja. Ich dachte kurz, Matteo sagt jetzt, macht euch mal bitte nackig. Die Imposter haben mich gewollt. Ja, für mich hat er auch ein Poster gewollt. Nein. Ich schwöre. Wolltest du den Basel? Ich schwöre auf alles. Ich weiß nicht. Ich gucke Klipper, ne? Ja, gucke Klipper. Also, wenn Oberbayern teste, ähm, Jeff, Jiburi, alle sich rausnehmen wegen dem Dings. Und Parzival nimmt ihr auch raus. Wen hat Parzival rausgegeben? Nee, Parzival-Attester raus. Aha! Das ist Parzis Laufweg gewesen, oder? Parzival ist ein Imposter. Parzival ist Nummer eins. Aber gerade den Kill hat Timoth gemacht? Sind es Parzival und Timoth? Shit. Hä, wo ist denn das Teil? Gibt's das Ding überhaupt? Oh, scheiße. So, wir starten das und dann verpissen wir uns. So, weg hier. Äh, Parzi kommt raus, aber Oberbayern ist noch hier. Bei Oberbayern fühle ich mich relativ safe. Muss aber auch gar nichts da unten machen. Jetzt muss ich faken, damit er nicht denkt, dass ich einfach durchlaufe. Doch, ich laufe einfach durch. Er auch, hä? Oh, oh. So, hier ist auch eine Box. So, drei Leute, vier Leute, fünf Leute Electrical. Zwei Admin, warte mal. Boah, hier drinnen könnte einer drinsitzen und versuchen mich zu killen. Oh, fuck. Kill. Wer? Was? Ähm, ich bin dusselig, Entschuldigung. Ähm, wir haben nicht nur einen Trickster drin, ich weiß nicht, ob ihr Boxen gesehen habt, sondern auch entweder Warlock oder unten steht jetzt gerade noch der Imposter im O2. Glaub weder noch, Franz. Ich glaub, das waren die Lover. Nein, nein, nein. Ich bin lifeline, das waren nicht die Lover. Die waren aber, die waren zwei Sekunden auseinander, die Kills. Ja, nevermind. Aber dann, dann frage ich mich wirklich, wie das passiert ist, weil... Nevermind, how I like you. Ooh. I wish nothing. Perfect, the best! Also, warte mal, Franz. Franz, ganz kurz, Franz. Äh, Jiburi ist an dir gestorben oder was meinst du wegen... Genau, genau. Ich war in O2. Ähm, die Runde ging halt super lang, keine Ahnung, wenn ich alles gecrossed bin. Ich bin, äh, von Kamera zu O2 gelaufen, war beim Baum, dann ging Trickster Light aus, dann bin ich zu den Wasserrädern runter, da stand Jiburi gerade am rechten und die ist an mir geplatzt, ehe ich... Oh nein. Nein, nee, die Zahn... Nee, aber Franz, das kannst du... Franz, das kannst du aber nicht, das kannst du aber nicht übersehen haben, dass ich da war, oder? Weil... Nochmal, die Trickster Lights waren aus. Ich laufe dort unten rein, an die Tars und Jiburi platzt, bevor ich die Tars habe starten können. Okay. Also aus meiner Sicht stehe ich an der linken Wassertarsk, lauf Richtung zu der rechten, sie dich nach oben laufen, bekomme einen Report-Button und dann wird reported. Also eher genau andersrum, dass du auf eine Leiche zugelaufen bist, die wenn dann jemand anderes hinterlassen hat. Aber mit Sicherheit wurdest du da nicht von einem Warlock gecursed. Also entweder hast du selbst... Kannst du kurz sagen, wie alt Jiburi ist? Äh, Jiburi... Also die Kills liegen so zwei bis drei Sekunden auseinander. Also erster Kill... War Jiburi zuerst oder Jeff? Äh, ich glaube... Also es ist ein bisschen schwierig, weil ich hab die Farben und die Namen bis... Ich weiß es nicht. Ich glaube, Jiburi war jetzt frischer. Jiburi dürfte frischer sein. Genau. Ja, ja. Das würde ich auch so sehen. Aber ich behaupte, dass Franz dann da getötet haben muss. Oder zumindest ein anderer Imposter. Das war kein Warlock. Ich glaube nicht, dass wir einen Warlock haben. Okay. Cool. Schade. Wir haben keine Infos. Naja, das reicht. Wir haben super lange da unten über eure Wassersache geredet, ne? Ja, aber... Ja, tut mir leid. Also ich kriege... Von Lifeline-Info kriege ich zwei Votes und Parzi, der... Hä? Ah, das ist ein Holzweg, Matteo. Muss ich da kurz korrigieren. Das stimmt nicht. So, das ist aber komisch. Also, ähm... Tim Horus war mit mir in Admin, als die Kills ungefähr passiert sind beide. Deswegen würde ich Tim Horus rausnehmen. Hier ist ein Kill passiert. Hä? Wer ist denn hier gestorben? Wer ist denn hier gestorben? Dann ist Dings hier gestorben. Warte mal. Oh, Kill. Wer? Scheiße, Coms is disabled. Jetzt haben wir ein Problem. Wir können doch nicht runterlaufen wegen dieser Fuckbox. Da ist Franz in der Schleuse drin. Aha. Was ist denn das für ein Move? Franz kam jetzt von unten raus. Nee, Franz. Da ist eine Cam. Alter, das hier ist sein Minenfeld. Also, Parzi kam von da unten. Es kann sein, dass Par... Ah, guck mal hier, die beiden. Und nochmal Kill. What the fuck? Oh, der müsste frisch sein. Oh, lol. Ähm... Bart ist grad neben mir umgefallen. Doch, Warlock? Sag ich doch. Ja. Also, ich hab grad Live-Line, da war nur zum Horus Toad. Ich möchte nur sagen, falls ich jetzt gegäst werde, ist es Franz. Okay. Wieso? Dann haben wir nämlich keinen Warlock. Weil wir dann keinen Warlock haben und seine Geschichte gelogen ist und der der Einzige ist, der wissen kann, welche Rolle ich habe. Aber Oberbeier hat auch gesagt, dass Parzi war gewendet ist. Ja, richtig. Wenn jetzt der Evil Gesser drin ist, hau einfach rein. Ja, aber Franz, dann... Franz, wenn der Evil Gesser jetzt reinhaut, dann schießt du dich damit selbst aus, weil dein... Aber das würde... Aber meine Story ist ja nicht gelogen, deswegen ja. Oberbeier... Aber können wir nicht mal über die Runde jetzt reden? Oberbeier, wen hast du alles gecrossed? Ich bin aber gecrossed eigentlich, glaub ich, nur Parzi und Mäntel. Warte mal. Bart ist neben dir umgefallen, Oberbeier. Yes. War da noch jemand? Nein. Am linken Pylonen zwischen Communication und O2. Also an dem Pylonen. An der Wetternaut. Hat jemand gesehen, ob Basu sich noch bewegt hat? No. Ist aber schon länger tot. Schon länger tot. Da waren zwei Punkte. Ein Punkt war ein Specimen. Matteo war in Office, als Timur so drei Sekunden tot war. Warte, warte, warte. Wie kannst du das wissen? Und dann kam Matteo noch vorbei und dann sind wir zu dritt. Moment mal, Franz. Woher weißt du das? Weil... Wer war das? Nee, Oberbeier hat gesagt. Nur Basu und Matteo, ne? Aber ich weiß nicht, ob Timur jetzt auch noch elektrisch oben war. Ich bin grad in den Camps und die beiden... Der Timur war auch da oben. Ja, ja, ich hab mich gecrossed. Und Basu und Matteo sind auch nach unten gelaufen zu Office. Das stimmt. Also, es kann nicht sein, dass die beiden Warlock sein können. Äh, ich glaube, dass... Ich glaube, dass Oberbeier und Franz beide Imposter sind. Oberbeier versucht, die Geschichte aufzugreifen und es gar keinen Warlock gibt, weil es hat auch keiner gesehen und der Kill ist ultra frisch. Warum würdest du als Warlock direkt reporten, wenn wir wissen, dass wir einen Warlock haben? Nee, Oberbeier ist safe. Sekunde, ganz kurz. Franz kann es aber sein, weil die Info, dass Tim Horus gestorben ist... Warum nicht? Sorry, ich war die ganze Minute. Ich hab's schon mal erzählt. Ihr habt jetzt Lava rausgehauen. Ihr habt Lava rausgehauen, ne? Vielleicht war ein Imposter dabei. Es kann sein, aber Oberbeier ist nicht vor mir gewendet. Und er auch nicht vor mir. Gege. Äh, ich glaube, einer von beiden war... War Imposter. Boah, also bei... Scheiße, bei Basu weiß ich jetzt grad nicht. Was ich glauben soll und was nicht. Mist, ey. Dass die Lava jetzt gestorben sind, ist natürlich unangenehm. Boah. Was war das denn für ein Glitch? Also irgendwer weiß, dass ich nicht gelogen hab. Also, ähm... Wollte jetzt keiner buzzern außer ich. Nee, ist gut, dass du gebuzzert hast. Zwei sind halt rausgeflogen, also die waren safe Lava. Oberbeier war auf jeden Fall safe. Ähm... Deshalb, also ich würde auf jeden Fall Parzival hier rausworten, ne? Irgendwer kann sagen, dass ich keine Poster bin übrigens. Bin ich stark dagegen, weil ich hundertprozentig weiß, dass Parzival es nicht ist. Ähm... Ähm... Ich bin, Matteo. Ja? Der Bug könnte eventuell uns beide save. Äh, ne, Timmit. Also, Timmit ist mir die ganze Runde hinterher gelaufen, damit er einen letzten Kill machen kann an mir, glaube ich. Was für den letzten Kill? Vorletzten Kill. Ach so. Ja, der vorletzte Kill. Ne, ne, letzter Kill. Ist auf jeden Fall ein Poster zwischen Franz und Oberbeier gewesen. Genau. Äh... Ich dachte einfach nur, weil Matteo ist nämlich in die Tür reingeglitscht und ich wollte die Tür grad aufmachen, dann ist sie aufgegangen, ist wieder zugegangen. Ich dachte, das ist so ein safe, weißt du? Na, also pass mal auf. Terst ist für mich... Man kann doch nicht die Tür zumachen, wenn man sie aufmacht, weißt du? Ja, warte mal. Also, Terst ist für mich, äh, unschuldig, weil er würde den Button niemals drücken, wenn der Imposter wäre. Richtig. Okay, okay. Parzi ist für mich eigentlich auch raus, aber ich bin mir nicht ganz, ganz sicher bei Parzi. So. Matteo, ich muss jetzt safe sein, weil wir können keinen Eraser haben. Wenn selbst... So. Haben wir keinen Eraser, wenn sie nicht stimmt, war er evil guesser. So, und Baso... Also, wir sind noch beide gelaufen, aber ich kann es nicht 100% sagen, ob ich ihn noch gesehen habe. Deswegen, ich würde Baso auch rausnehmen, deswegen bleibt nur Timmit für mich. Was ist denn, wenn Parzi und Baso Imposter sind? Ja, das kann natürlich sein. Nee, ich habe Parzi vorher auch nicht gesafed bis zu der Runde, wo ich halt herausgefunden habe, dass er safe ist. Weil du mich geschifftet hast und so. Also, ganz kurz, ganz kurz, dann wäre zu 100% das Spiel zu Ende, weil ich ja gewendet habe vor Leuten. Das heißt, ich würde ja als Imposter davon ausgehen, der Engineer ist tot, dann hätte ich einfach sabotieren können und wir hätten gewonnen. Hast du gerade meine Rolle gekallt, Parzi? Aber vielleicht hast du einfach verkackt, ne? Nee. Hast du gerade meine Rolle gekallt, Parzi? Ja, sorry, Baso, Franz hat das doch eh schon gekallt. Danke. Also, ich glaube, es war so, dass in dem Loverpärchen Oberbayer und Franz, einer von beiden Imposter war. Ich glaube eher Franz und der letzte ist einfach Timmit. Also, Oberbayer war kein... War so hundertprozentig. Belief doch einmal nicht. Was glaubst du denn, wer ist Timmit? Ich glaube, es ist Parzi. Nee, ist nicht Parzi. Dann worte ich Timmit. Was hast du gewartet? Äh, Timmit hab ich gewartet. Ja. Weil der ist mir auch gerade hinterhergelaufen die ganze Zeit. Das war so komisch. Oh. Sorry, ich wollte dich nicht töten. Ich glaube aber, es ist Parzi, ne? Oh, oh. Oh, oh. Nicht Parzi, Mann. Hey, warum lacht der so dreckig? Achso, wir haben gewonnen. Ja. Achso, wir haben gewonnen. Oh. Ich glaube, es ist Parzi. Nein, nein. Ey, Franz, ich wusste nicht... Ja, Bart war Sheriff, ne? Ich hatte Bart Schild gegeben, deshalb wusste ich, der muss geschossen werden. Aber Oberbayern, was... Achso. Oh mein Gott. Und ich dachte, die gar nicht wirklich, dass Franz da getötet hat oder Oberbayern selbst. Ich war so verdirrt. Ich wusste nicht mal, dass Franz impostor ist. Perfekt. Aber wir... Ich frage mich, warum ist der Vorur war geschossen? Timmit, zieh dich um. Ja, du hast auch nicht gesehen, wie ich sie dich umgezogen. Timmit, zieh dich um. Timmit, Timmit. 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 Ich hab auch so gesagt, in der Runde so, ah, Chantau läuft hier gerade rum. Und dann so, oh, warte mal, das ist nicht Chantau. Oh, ne, mit Chantau möchte ich nicht verwechselt werden. Das... Oh, ne. Ja, da kommt mir auch wieder mal eins genannt. So, damit... Was ist... Weißt du? So, zweimal Jiburi rumgelaufen gerade, das war auch ein bisschen schwer. Ey, der Chantau ist einfach auf mich schießt, ne? Da ist dann Reflex. Alles gut. Bart ist deins, geh nicht die Wildhörner. Weil dein Mut gesehen und dann... Wow. Okay. Aber Bart, da kennt man ja. Also das ist... Oh. Äh, Bart, ich lieb dich dafür übrigens. So meine ich das nicht. Meine falsche Story confirmed. Ich hab deine Story auch confirmed. Alright. Viel Spaß. Viel Spaß. Und nicht erst töten des... Äh, unsere Gehälter sind nicht an die Abonnentenzahl gekoppelt, Schatz. Unsere Gehälter sind unabhängig von den Abos. Also ich darf plötzlich töten, ja. Das wäre sonst ein bisschen doof, wenn das Gehalt die ganze Zeit schwanken würde. Ähm, das Geld geht erstmal... Oh nein. Warum, was... Warum hundert er mich? Ähm, das... Das ganze Geld, was wir einnehmen über die verschiedenen... Wege, äh, wird erstmal alles gesammelt und dann aufgeteilt auf die Gehälter. Und die Gehälter sind fest. Wupp wupp. Und es ist nicht so, dass wenn wir einen Monat mal... mehr Subs haben, dann mehr ist. Aber wenn wir einen Monat weniger Subs haben, dann das Gehalt gekürzt wird. Das machen wir nicht. Oh oh. Och ne. Ich will nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute... handen. Da werden Leute hinterherlaufen. So, wir müssen jetzt hier gucken. Dürfen wir in Ruhe wenden? Oder sieht uns jemand... noch ein bisschen Infos sammeln als Engineer. Hier. Ich sehe aber nix. Oh, da ging die Tür zu gerade bei Electrical. Ah, Basu kam gerade vom Wend. Basu kam gerade vom Wend. Oh oh. Ich traue mich jetzt nicht, hier wegzugehen. Basu versucht gerade die Wends... Also ich glaube, Basu ist Impostor Nummer eins. Scheiße, ich kann ja bohentlich jetzt easy raus, ne? Oh oh. Das ist schlecht. Licht. Es wird Licht angemacht. Licht wurde gefixt. Sehen wir, wer es gefixt hat. Das wäre gut. Tim Horus. Ist Tim Horus an der Cam? Oh okay. Hans und Jeff. Guten Abend, guten Abend. Guten Morgen. Hey. Ich hab Franz gefunden. Am Mentels Lieblingsplatz. Scheiße. Scheiße. Also ich hab keine Ahnung wie alt oder sonst was. Aber liegt halt schon hinterm Stein. Aber warum verdächtest du mich nicht? Ach nee. Ich bin auf Slap gekommen. Ich war davor beim Stein. Aber so alt kann er nicht sein. Ich weiß nur, dass ich Fläs gerade übers Deutsch gegost bin. Der ist von rechts gekommen. Hat irgendjemand Matteo gesehen in der Runde? Ja, das ist nämlich ein Problem. Also ich kann euch sagen, ich bin nicht hinterm Stein. Naja. Ich bin nur mit Matteo am Anfang in Richtung Office gelaufen. Jetzt muss ich nach der ersten Runde natürlich zurückfeuern. Ich war in der Lifeline, da war niemand tot. Ich bin ins Lab hochgelaufen. Da war ich kurz zum Party. Und da bin ich links aus dem Lab raus. Und da ist Linda mir gerade unterm Labor entgegengekommen. Also am Stein vorbei gelaufen. Wenn die da beide schon tot waren, dann hast du den Report Button anscheinend nicht gesehen. Oder du hast halt reingestochen. War so. Ich bin da wirklich gerade vorbei gelaufen. Aber ich bin unter dem Stein. Also nicht hinter dem Stein lang gelaufen, sondern unter dem Stein. Und da hatte ich keinen Report Button. Konnte ich mit meiner Vision natürlich nicht sehen. Aber ich würde trotzdem sagen, du kamst aus der Richtung. Ich kam von der Lifeline, ja. Da waren auch schon beide tot. Und ich bin unter dem Stein lang gelaufen und hatte keinen Report Button da. Oh. Echt? Wie geht das denn? Das ist aber komisch. Man muss hinterm Stein liegen. Unlucky. So auf mit rauf, oder was? Dann kann ich aber tatsächlich für den Kill Tim Horus rausnehmen. Also wenn man vorne langläuft, dann hat man den Fallsteil im Report Button. Ja. Ich habe niemanden gesehen, Leute. Eisbart. Ja, Mann. Ich bin nützlich wie immer. Nein, da hat schon wieder jemand das eingelöst bei ihm. Nein, nein, nein. Aber war jemand noch in der Lifeline? Wissen wir, ob das Lava... Ich kam von der Lifeline. Und es waren... Also ich weiß es nicht, ob es Lava und Actually, weil beide schon tot waren, Leute. Badkenner get ein Ara-Ara. Aber ich war vorher an der Lifeline-Less. Ara-Ara? Also wie gesagt, ich bin mit Mäntler am Anfang in der Runde Richtung Office gelaufen. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hat dir das gefallen, Tim? Ja. Übrigens, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Nix. Also, wir haben gerade unsere Theorie, dass Bar so Imposter ist, leicht bestätigt bekommen von Bless. Das passt auch für mich. Warum gehe ich hier dran? Das bringt ja gar nichts. Wir können uns besser. Machen wir die Runde groß nach oben. Warum ist ein Oberbayer da so komisch stehen geblieben? Warum chased mich Oberbayer? Ja. Oh no, I gotta do it. Warum? Ich bin Sia und eine Leiche liegt an der Lifeline. Hä? Oh, oh. Eine davon liegt an der Lifeline. Ich kann auch confirm, das war ein Loverkill. Die sind beide gleichzeitig gestorben. Haben wir das gesagt? Ne, ne, ne. Eine Leiche liegt an dem Cardswipe, genau an der Lifeline. Wenn du die beide totgesehen hast, funktioniert nicht. Ne. Also, ich bin da... Außer? Außer? Nein, nein. Ich bin ins Office reingelaufen. Ich bin all the way auch durchgelaufen. Dann war ich an der Lifeline. Ich war vorher noch am Admin Panel. Da war auch jemand Specimen. Aber die anderen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und dann bin ich oben rausgelaufen, unter dem Stein lang. Da war keine Leiche an der Lifeline. No way. Da waren beide schon tot. Es war keine Leiche an der Lifeline. Eine Sache, die würde ich gerne in den Raum stellen, das ist extrem unwahrscheinlich, dass das der Fall war. Es könnte sein, dass die Leiche an der Lifeline gecleanet wurde, wenn wir das nicht gesehen haben. Aber dann hättest du ja sagen müssen, es ist gecleanet worden. Deswegen schließe ich das aus. Ey, da war auch kein Clean. Aber da war wirklich kein Body an der Lifeline. Echt nicht. Warte mal kurz. Wie soll es denn gecleanet werden? Wir haben noch zwei angezeigt bekommen. Es. Ja. Ja, ja. Gab kein Clean. Da muss doch auch irgendjemand vor mir an der Lifeline gewesen sein, der da auch keine Leiche gesehen hat. Also, keine Ahnung. Deine Story kann aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, aber aus meiner auch nicht. Da habe ich den Button mal gerückt. Keine Ahnung. Also weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass da keine Leiche an der Lifeline war. Aber dann haben wir ja... Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Dieser Button. Keine Ahnung, dass du dafür den Button drückst, ist halt okay. Naja gut, aber wenn das hier ist... Eine timeline von drei, vier Sekunden, oder? Aggressiver Button. Oder Kill gefallen sein muss angeblich. Ja, also ich habe da auf die Lifeline geguckt. Da waren schon beide tot. Keine Ahnung wie lange. Da lag niemand neben der Lifeline. Ich bin unter dem Stein langgegangen. Und wenn der Kill über oder hinter dem Stein liegt, hatte ich da keinen Report-Button. Also, ja, aber wenn das stimmt, dann lügt Wes gerade ja mit der Location von dem Geist. Ja, dann wortet mich einfach raus. Wisst ihr was? Ihr habt der E-Button gedrückt. Du wortet mich raus? Äh, nee, ich wortet mich nicht raus. Alles gut. Nee, hab ich wirklich nicht gemacht. Nee, mach ruhig. Das ist alles gut. Dann haben wir die Sache erledigt. Nee, haben wir nicht. Die Sache erledigt. Ja, dann haben wir das nicht mehr im Gespräch. Jetzt auch in den nächsten Runden. Wurdelt mich einfach raus. Also mein Vorteil, Bart. Keine Sorge. Ich hätte es geschafft. Ich habe das gemacht, was richtig ist. Dich selbst gewurdet? Perfekt. Es gibt... Oh, unangenehm. Unangenehm. Es tut mir leid, Linda. Hätte ich an der Stelle nicht zu tun. War aber richtig, glaube ich. Also Vlesk würde nie einen Button drücken und so auf Linda pushen, wenn er sich nicht ganz sicher wäre, dass das nicht stimmt. Und deswegen war das für mich jetzt die richtige Entscheidung zu voten. Ich habe meine Rolle verloren, merke ich gerade. Und die einzige Person, die ich gecrossst habe, ist Oberbayer. Der kann mir jetzt mal zeigen, dass er wenden kann. Jo, I know. Cool. Ja, okay. Also. Oberbayer war Switcher. Ich warte mal auf Oberbayer. Wow. Hä, Timmit? Was denn? Ich habe mein Game gecrashed. Ah, ne doch nicht. Du hast Moonwalk gemacht. Jetzt gehts. Was ist los? Chiburi. Hast du gerade einen Kill neben mir gemacht? Nee. Kam Timmit von oben runtergelaufen? Nein, nein. Ach so, warte, meine Stimme. Scheiße! Pass auf! Oh. Nee, warte, warte, warte. Okay, sag dir erst mal. Chiburi und ich, wir waren an dem Labyrinth-Ding, weil ich dachte mir so, ey, Vlesk und Franz sind Naja, okay. Sorry. Wenn das funktioniert hat. Okay. Aber dann war Vase ja höchstwahrscheinlich wirklich Impostor. Äh, muss nicht. Mh, aber in dem Moment, wo doch klar ist, dass Basu dann fliegt, wo klar war, dass viele darauf voten werden, dann glaube ich, hätte der Evil Gesser schon in dem Moment geschossen. Also ich glaube sogar eher, dass Basu hier Crewmate war. Mhm. Ja, aber dann, dann hätte er ja jetzt auch nicht geschossen. Also. Na doch, wie gesagt, also. Ja, egal. Chiburi ist für den Kill 100% raus. Wir sind gerade bei den O2 reingelaufen. Bart war aus irgendeinem Grund auf einmal auch da. Und über Bart liegt halt ne Leiche. Darf ich euch kurz erklären, was ich gesehen habe? Ja. Ja. Okay, ich war in O2, okay? Ich hab mein Müll gemacht. Und es war gut beleuchtet. Nicht dunkel. Und ähm, ich bin nach oben gelaufen und dann hab ich die Leiche von Terste runterfallen sehen oder umfallen sehen. Und irgendjemand ist nach unten rechts gelaufen. Was? Und da standen Timmit. Nein, 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 nein. Das ist wohl schön. Ich glaub, wir hatten gerade aber auch alle nen Leg, ne? Also, weil Timmit war bei mir an der Tür und auf einmal ist er, also er war draußen an der Tür, ist nicht reingekommen. Dann bin ich hochgelaufen und dann ist er neben mir gespawnt und die Leiche ist gleichzeitig umgefallen. Darf ich noch mal ganz kurz. Für den Kill, wo wir da nicht aufklären konnten, da bin ich aus Elektrik. Da ist Tim Horus gerade in Elektrik rein, fällt ja raus für die Kiss, die ganz kurz vor Ende gefallen ist. Mess hat ja nicht gelogen. Bart stand links neben Storch an der Task mit der Wetterpellone. Wir vergessen gerade was. Chiburi kam aus dem Lab raus. Mäntel ist auch safe für mich. Für mich bleibt da nur Parzival und Timmit übrig. Wir vergessen was. Matteo hat doch den Steinkill gemacht. Lol. Nein, hat er nicht. Oh nein. Oh nein. Hat er nicht? Nein, Matteo ist safe. Okay, bevor er mich rauswortet, dann gebe ich euch noch die Info. Ich kann euch noch die Info geben. Also, ich sage jetzt einfach mal eine Rolle, weil ich glaube, dass der Evil Guest hat ja jetzt gerade schon geschossen. Ich bin Engineer. Ich war in einem Vent drin und Basu ist zum Vent hingelaufen. Als wollte ich sie killen. Ich bin weggewandet. Also Basu war glaube ich korrekt. Ja. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass das Timmit gewesen ist. What the fuck? Ah. Egal, du wärst eh nächste Runde gegessen worden. Ist okay. Ja, wir haben eh gewonnen. Alles gut, Matteo. GG. Hä? Verdammte Scheiße, Leute. Wir können kein Meeting machen. Was war denn das für ein, äh, was? Er sagt einfach, äh, ja, Stein kill war ja Matteo. Haben wir ja ganz vergessen. Und dann voten. Okay, beide Imposter drauf ist schon logisch. Aber wer geht denn da mit? Wer geht denn da mit? Warte mal, es sind doch nicht beide. Da müssen ja noch andere mit drauf gegangen sein. Hä? Äh, ihr müsst jetzt voten. Oh, verdammt, Leute. Timmit. Ja, aber das ist noch Bart, oder? Und das ist noch Bart, oder? Aber, aber, warum willst du nicht bei... Warte mal? Warum sollen wir noch... Haben wir nicht gerade noch acht bei dem Vort? Nein, nein, nein. Ah, ne, stimmt, weil das gegessen wurde. Nevermind. Also, ihr votet irgendjemanden, ich bin eh raus. Bart, Bart, oder? Bart. Hey, nein. Ich hab gesehen, wie irgendjemand weggelaufen ist vom Kehl. Ne, kann nicht sein, eigentlich. Da ist er und alles kann sein. Ja, wir müssen dann Colin, wer es war. Keine Augenlüge nicht. Da müsstest Colin, wer es war. Ja, aber Leute, bei Bart, wenn die Zeitangabe da gestimmt hat vom Flesk und vom Baso, die ja... Okay, Baso könnte der Killer gewesen sein. Kann es Bart nicht gewesen sein, weil der links neben's Deutsch stand. Jetzt gerade am Ende... Nein, das war ja nur ein Kill. Es war ein Kill, es war ein Lava-Kill, hat Flesk gesagt. Nein, ich rede von... Ja, es war ein Lava-Kill, deswegen sind zwei Leute gestaunen. Es war ein Killer, deswegen ist alles, wer da rausgenommen wurde, egal wenn... Steinfall hat wieder funktioniert. Äh, nepp. In O2. Ich stand in O2. Ich hab den Müll rausgebracht, so wie es mir meine Ma damals aufgetragen hat. Oh mein Gott. Und über mich ist die Leiche umgepippt. Und irgendjemand ist nach rechts weggelaufen. Entweder war es Timmit, der jetzt offensichtlicherweise gestorben ist, oder es war jemand anderes. Aber ich weiß nicht. Aber es ist ja also... Es ist ein Fart, glaube ich, aber ich will ihn halt einfach gerne voten. Ja, ich auch, aber egal. Das... Das... Ich kann mit dem Horus rausnehmen. Wer war denn gerade bei dem Kill, wo Tönitz Bart und ich da waren? Ihr könnt euch rausnehmen für den Kill, also die letzte Runde. Ne, da war ich mit Matteo im Lab drüben. Ja, und ich war im Specimen, aber das hat halt nie irgendjemand gecallt oder auch nie irgendjemand gefragt. Hey, Patsi. Ja. Bist du Imposter? Nein. Würdest du lügen? Ich bin... Nein, nein, vor allem... Klang wie eine Lüge gerade, ne? Weil ich... Weil ich ja in dem Moment leider den Imposter schon wieder geschielt habe. Das ist so ein Ding bei Bas und mir. Immer wenn Bas so ein Imposter ist, schiele ich sie. Jedes Mal. Aber ich... Ich glaube, Patsi, weil er war vorher auch mit mir im Specimen, ne? Es würde sinnvoll sein, weil wir wurden abgebrochen bei... Dann bleibt nur eine Person übrig. Tim Horus. Die eine Runde... Ich konnte bei zwei Kills hintereinander. Danke, Liana. Ich konnte Chibui rausnehmen. Ja. Einziges, ich nicht rausnehmen konnte, war Timmel und Patsi. Ja, aber Opa, da muss da irgendeine Info falsch sein, weil Timmel war offensichtlich meyer. Ich bin Hacker, Leute. Ich kann keinen der Kills gemacht haben. Ich bin hackender Hackmann. Erinnert ihr euch, dass Patsi sogar ausgenommen hat? Sogar für beide. Und wenn ich jetzt fliege, vernehmen wir ein Crewmate. Und du bist der Tatsi. Was hast du gemacht? Oh, ich weiß es nicht. Ich gewordete. Dich gewordet. Okay. Patsi sind zwei Kills hintereinander passiert und ich konnte rausgenommen werden. Das ist ultra unglücklich. Mono, wir haben gestern schon über meinen Lieblingskuchen geredet. Matteo kommt. Battlefield nächste Woche mit der Montagslobby. Ist die Beta schon da? Leider. Ah, nee. Nächste Woche, Montag, ist vielleicht schon DLDU, ne? Obwohl, vielleicht keine DLDU machen, wann ich will. Muss ja nicht Montag sein. Ja, aber es kann sein, dass... Also, ich würde mir mal fragen. Ich würde mal fragen. We Were Here habe ich, glaube ich, mal gespielt mit Niklas zusammen. Das ist ganz cool. Und We Were Here 2 haben wir auch mal gespielt, glaube ich. Reorder Beta ab dem 6.11. 6.11? 6. Oktober Early Access erst Battlefield. Ja, das ist ja noch nicht Montag. Dann wäre es erst übernächste Woche Montag. Ich würde es, glaube ich, ganz gern zocken mit der Montagslobby. Hätte ich Bock drauf. So. Äh, Matteo, mach dir noch was mit Hauke, solange er da ist. Äh, ja. Jetzt gerade mache ich was mit ihm. Der ist unterm Tisch. Äh, Hauke? Kannst hochkommen. Die haben es gemerkt, dass du da bist. So, nein. Hey, ich stream gerade. Bessemin, weil die Person ist safe. Ich. Das ergibt Sinn, weil du bist eine helle Farbe und ich hatte recht. Ich werde jetzt gecallt werden. Es ist Shiburi. Shiburi. Mh, ne. Die waren mit mir an Lifeline. Patsy war auch da. Ich hab dich nicht gesehen, Shiburi. Doch. Oh nein, bitte hör mir auf. Du bist gerade am Stein hochgelaufen und ich bin gerade am Stein runtergelaufen. Ich bin voll leid. Oh no, bin ich die Letzte mit dem Task? Nein, also... Early Access ist Mittwoch, 6.10. Ok, Oberbayers safe. Ich hab Barth nicht. 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 Aber er ist eh safe, weil zwei Kills sind dann an. Die ganze Zeit sind ... Also was ich gesehen habe. Der Grund, woher ich wusste, dass Oberbayern ein Specimen ist, ist, dass ich eine helle Farbe in Lab gesehen habe, als wir gescheckt haben. Dann bin ich hochgelaufen, wie der Blitz, der ich bin. Und dann habe ich dich da verlassen. Niemand war tot. Ich bin in den Rot gelaufen. Ich bin alles helle Farben, du Affer. Das ist scheiße. Scheiße, das stimmt. Tipp oder Ripp, du kannst nicht eine Runde wie Bart reden. Aber... Ich hätte eh gevotet, Leute. Also es ist ein Ding zwischen Tim Horus und Jiburi. Jiburi. Also ich habe Jiburi auf jeden Fall nicht gesehen. Ich habe dich und Parti dort oben gelassen und ich denke nicht, dass Tim Horus so schnell in dir vorbeiläuft. Du bist doch von Lifeline nach oben gelaufen, am Stein links vorbei und dann Richtung Electric wahrscheinlich, oder? Ich bin nach unten gelaufen. Ich meine Tim Horus. Er meinte, er hat dich nie beim Stein da gesehen und er war da nicht. Er war voll light, aber er ist doch da bestimmt von Lifeline hingelaufen. Weil ich habe ihn safe am Stein gesehen. Nee, das Licht ging auch aus. Ja, aber ich bin für Kommunikation so gelaufen. Jiburi hat die ganze Zeit mich gepusht. Wie viel Task haben wir noch? Ja, Jiburi. Ich habe noch drei. Ich würde es nicht machen, Tim Horus, aber... Ich meine, ihr könnt auch ausgleichen. Ja, bei mir können der Task man sind ja fast fertig. Das stimmt, ja. Dann skippt mir Tim Horus. Ich habe Tim Horus gewartet. Äh, nee, 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 nee. Wir haben noch ein Ivel-Gester. Wir haben noch ein Ivel-Gester, ne? Oh mein Gott, er hat sich vergesst. Hä? Oh nein. Oh nein, nein. Oh nein, nein. Bitte, Oberweyer, wenn du mich jetzt playst, alter. Hey, geht, Tim Horus. Ja, ja, weißt du ja. Scheiße, Leute. Ja, aber ich konnte es nur postieren. Junge, Tim Horus, das war die beste Imposter-Runde, die ich jemals von jemandem gesehen habe. WP. Oh Mann. Und ich verballasen. Ich weine, ich sag doch nicht so was Liebes, alter. Oh Gott. Ich finde es so krass, dass ihr bei mir hier in Spektor Columbo seid, in meiner Imposter-Runde, und in der seid ihr einfach alle. Oh Mann, Branden. Gönn doch mal Tim den Sieg jetzt, ey. Ja. Was ist mit dir? Ich will sagen, dass... Das war so gut gespielt von Tim Horus gerade noch. Ich bin so traurig gewesen. Tim, du Legende. Danke. Rätseln, gut gespielt. Aber Franz, du musst das rausnehmen, weil Fläster hat den Button direkt Runde 2 gemacht, und er war doch Sherlock. Wow. Ja, da sag ich ja gar nichts. Ja, war richtig cooler Button, hat mir auch echt gut gefallen. Danach find's ja an. Ja, da kann ja nichts, da muss ich ja ein Button drücken. Da muss man drücken in der ersten Runde. Ich hab ja auch drei IQ, Franz. Also bitte, ich bin acht Jahre maximal gewesen. So, wie soll ich da die logischen Zusammenhänge erkennen? Ich war so traurig, als Lindi geflogen ist. Danke, Tim, aber hat Spaß gemacht, dir zuzugucken. Ich hab den Vendmove gecallt. Hab ich gemacht, bevor ich rausgewählt wurde. Eieieieiei. Timid hat den Bogen raus, den Timid. Der Timid ist nicht dumm. Komm Horus. Na, auf. Viel Spaß. Viel Spaß. Okay. Viel Spaß. So. Viel Spaß. Sia, oh geil. Ey. Okay. You will see players die. Timid, Baso und... Ich glaub, Lass ist direkt mit hochgelaufen. Timid will ich nicht. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Leid. Oh, wir verstecken uns genau hier oben in der Ecke. Kein Kill, wir müssen Live-Line nicht checken. Aber wir müssen die Common-Task machen. Cam ist an, das ist gut. Immer noch kein Kill. Ich glaub, Timid ist Killer, kann das sein? So. Jiburi läuft hier wieder vorbei. Ich muss Communications machen. Ah, ich mach hier nur so Risky-Tasks, das gefällt mir nicht so gut. Es wird wieder zugemacht. Franz läuft vorbei. Keine Reaktion. Ah. Kill. Tür auf. Okay. Vier, fünf Sekunden, ne? Hä? Oh, Basu ist sehr frisch. Basu ist, also vier Sekunden, drei, vier, zwei, drei, vier. So ist die Karte noch hinter mir. Ist das vor Lab, Jibo? Die Audacity-Linders. Die, äh, nee, vor Storage. Timor is right. Oh, okay, never mind. Sie ist unten, nee, sie ist auch, sie ist unterm Stein lang gelaufen, weil ich war über, also hinterm Stein. Sie ist unterm Stein lang gelaufen, Richtung, äh, links. Und da... Irgendwas haben wir mit dem Stein die letzten Wochen. Dieses unter, hinter, ne? Das ist schrecklich. Ja, ja, voll. Aber egal. Eine Person electrical und eine Coms, die sind beide safe. Ich bin Coms, da gescheit. Vor, aber vor, vor fünf Sekunden ungefähr. Fünf bis zehn Sekunden. Wer war auf der linken Seite? Ich weiß nicht. Wir waren im Office alle zusammen. Hier Terste, ähm, Bart, Parzi, äh, Basu, ich. Wir waren alle in der Lifeline. Ich weiß nicht, ob noch jemand da war. Ich hab Franz aus dem Motu rauslaufen sehen zu Coms. Ich war hinter dem Ding versteckt. Franz hast mich nicht gesehen. Okay. Ich hab erste Wecke gesteckt. Das war, als Ballonträger. Vermutlich Engineer, dass ich für die Gartner. Ich war O2. Nee, Security Guard kann man nicht so schnell gesteckt. Außer an O2. Ja, Chef ist aber auch noch in O2, glaub ich. Ich war auf der linken Seite. Ich war kurz in den Camps, hab gesehen, dass Chiburi und Flash ganz kurz an Lifeline waren. Da bin ich rausgelaufen, wollte gerade Lichtweg, mussten noch Einschaltungen. Ach, Chiburi war bei mir. Woher kam die? Äh, weiß nicht, die ist rechts rausgelaufen. Oder ist, bist du rechts rausgelaufen? Also, Parti, Parti, Parti kann das verzeugen. War auf jeden Fall mit Bar, sondern Lifeline, die sind ja wahrscheinlich alle zum Licht gelaufen. So, was habt ihr gemacht? Nee, ich bin recht ins Lab rein, da ist mir auch irgendwer, der von Bora kam entgegengekommen, gerade noch. Weil Leitzort. Richtig, die Frage. Aus dem Lab kam. Was ist passiert? Ich glaube, ich nehme mich nicht dran, was passiert ist in dieser Runde. Wer ist mir da gerade entgegenkommen? Am Lab-Eingang, da waren zwei Leute mit mir. Äh, ich war das. Äh, was passiert jetzt, Bart? Du bist mit Bar so in Specimen rumgelaufen und jetzt ist Bar so tot. Ja, aber man ist ja schon ein bisschen länger tot. Die ist ja ganz anders tot. Ja, ich hab Arceval studiert und weiß, wer ne Impostor ist. Aber Franz, du hast denselben geworden, oder? Ja, und Franz, ich bin's jetzt, oder was? Ich hab meinen Namen gehört. Wo, was tut du, Tim? Oh, holy shit. Habt ihr dafür ne Begründung? Ich hab doch dreimal gesagt, ich war mit Oberbayern und Stu. Ich hab dich nicht gebraucht. Was sagst du eigentlich zu meinem Cross-Black? Wir sind dann hochzuleit gelaufen. Ja, ist gut, fehlt die Brille aber noch, ne? Ja, hab ich nicht mehr gefunden auf die Schnelle. Okay. Äh, so, wir machen Weapons jetzt. Mh, also, ich hab... Wir haben ausgeschlossen Franz, wir haben ausgeschlossen Lesk. Wir haben ausgeschlossen Djiburi. Es bleiben noch Tim Horus. Tim mit Patsy. Patsy schießt aber, also, von Tim mit auf... Oh, das ist schwierig. Warum läuft der mir die ganze Zeit hinterher? Äh, warum kommt Djiburi von da unten? Wahrscheinlich hat sie das Rad gemacht, ne? Sie hat das Rad gemacht. So, dann gehen wir jetzt mal ins Spezimen. Oh, oh, das war orange, ne? Und mal, kommt sie hinterher? Wer ist denn orange? Orange, orange ist Franz. Scheiße. Muss ich beeilen. Jeff läuft einfach durch, oder was? Warum läuft Jeff einfach durch? Das ist aber wild, oder? Franz läuft auch nochmal zurück. Warum läuft Franz nochmal zurück? Oh nein, wir sind tot. Scheiße. Ich verstecke mich oben bei der Rakete. Wurde gefixt? Ja, es wurde gefixt. Wir müssen nicht an Lifeline gehen. Es gab keinen Kill. Ah, die Person in der Kamera ist Killer, weil es gab keinen Kill. Oh, guck mal hier. Hier ist einer gleich. Ist Cam wieder aus? Ist Jeff der Killer? Ah, schaut mal. Der Vent ist zugespaxt. Wir verstecken uns mal. Okay, Kill Nummer 1. Okay, Kill Nummer 1. So, Kill Nummer 1. 4, 5, 6. Türen gehen zu. Okay, es gibt eine Menge Leute, die rausgenommen werden können. Eier, Eier, Karamba. Die liegt kurz vorm Dropship. Okay, dann Franz, Parzi, Tim mit Vlesk sind raus. Ja. Weil ich die alle habe in Lifeline reinlaufen sehen, als der Kill gefallen ist. Und Mäntel ist wahrscheinlich auch raus, weil er stand in Weapons und die Tür war zu. Ich glaube nicht, dass er da reingelaufen ist, die zugemacht hat und Instin wieder aufgemacht hat. Oberbayer steht gerade auf dem Netz. Und das ist mit Tim Horus, der auch da stand und zu dir gelaufen ist gerade? Dich kann ich nicht komplett rausnehmen, weil du, ich glaube, du hast eine Zeit. Wie alt ist der Kill überhaupt? Genau, weil der Kill ist schon länger an der Lifeline. Er ist 7 oder 8 Sekunden halt. Nee, als ich losgelaufen bin, Jeff, ist er gefallen. Als du losgelaufen bist. Also müssten es ja noch schon fast 10 Sekunden sein, weißt du? Ja, also ich stand dran, bin rausgelaufen, Franz ist durch mich durchgelaufen, ich habe umgedreht, bin reingelaufen. Da war der Kill, das heißt in dem Bereich ungefähr. Und dann bin ich nach unten links gelaufen. Aber Matteo ist gerade erst in Weapons rein. Also er hat basically die gleiche Zeit an Laufweg, genauso wie ich. Wenn du ihn rausnehmen würdest, müsstest du mich auch rausnehmen können. Nee, nee, ich kam aus O2, Tim Horus. Ich kam auch von O2. Und ich bin dir hinterher gelaufen. Da nehmen wir euch beide halt nicht raus. Was ich noch sagen kann, ist, dass zwei Leute in Lab waren, sehr wahrscheinlich. Weil es waren am Anfang wie 7 oder 8 Leute in Lab, gefühlt. Und ein Großteil davon kam dann wieder von unten durch. Es ist jetzt nur Oberbayer im Lab gewesen. Halt dann mit mir, aber Oberbayer stand auf Matt, Babe ist es gerne. Okay, wen kannst du rausnehmen? Wenn ich safe rausnehmen kann, das sind Franz, Parzi, Timmit und Vlesk. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, okay, dann haben wir doch bei Oberbayer, Mantel und Tim Horus den ersten vermutlich. Ja, warte mal, aber ich war in Weapons eingesperrt. Wie soll ich den Kill machen, runterlaufen, eingesperrt werden und dann wieder rauslaufen in 10 Sekunden? Das passt zeitlich, wenn du runtergelaufen bist, Tür zugemacht hast und Insta wieder aufgemacht hast. Das würde schon passen. Äh, okay. So. Aber Tim Horus bestätigt ja, da ich erst unten aus der Tue gelaufen bin. Also, Matteo kann es hundertprozentig sein in meinen Augen, weil er halt aus der Tue gelaufen ist. Und davor hat er eine Task gemacht und ich halt auch. Wenn du das gesehen hast, dann maybe. Ja. Auf dem Weg zur Leiche, das habe ich auch niemanden gesehen, mir kam auch niemanden. Ja, ich fiel, dann blieb F oder Oberbayer. Oberbayer. Ich war doch an der Leiche, wo da viel passiert ist. F oder Oberbayer. Wart, wo der Kill passiert ist, war ich an der Leiche, da hat mich Franz gesehen. Achso, ich habe dich nicht gesehen, dann ist alles cool. Also, wenn Franz, Jeff, wo war Wleske eigentlich? Das weiß ich nicht. Oh, wir sind gleich mit dem Tastag durch, ne? Hä? Warum habe ich kein Dings bekommen? Sind die beiden die Killer? Nee, ne? Ich renne. Gehe Licht anmachen. Hup. Kill, Nummer 1. Kill, Nummer 2. Okay, wir sind schon mal safe. Und Partival ist auf keinen Fall der Killer. Partival ist auf keinen Fall der Killer. Ladies and Gentlemen. Also, Timit liegt links vor dem Office. Wleske ist gerade ein Lifeline. Ich war Lava. Lava nicht. Wo genau vor, links vor Office? Lava. Links vom Office. Ich habe einfach Report gespammt, weil ich an Lifeline gesehen habe, dass Franz gestorben ist. Franz gesucht habe. Aber dann lag Timit halt noch vor Ort. Der muss also so recent sein eigentlich. Kann sogar sein, dass Blast in uns auch reingerannt ist. Timit ist gerade erst gestorben. Ich war immer noch in Lifeline. Okay, okay. Also, Blast, du warst in Lifeline, hast du es gesehen, oder was? Wie beide gestorben sind? Ja, so ein, zwei Sekunden oder so wahrscheinlich. Wo liegt nochmal die Leiche, bitte, Tim? Der muss ja hinter mir gestorben. What? Ja, Jeff ist gerade in der Coms. Ich bin gerade in Communication rein. Aber ich bin zwischen Communication und Office links runtergelaufen, direkt links rein, weil ich noch den Upload machen muss. Dann bin ich auch fertig mit meinem Tast. Und dann... Hä? Ich hatte aber keinen Report-Button. Hä? Hä? Fußspuren? Bart, wo bist denn du? Also, ich nehme Matteo auf jeden Fall für die gesamte Runde raus. Er hat nichts gemacht, gar nichts. Ich nehme mich raus für die Runde. Ich stand in Coms und habe gerade gewartet, bis sie sich diesen komischen Schalter da wieder hochziehen kann. Auch wenn ich es witzig finde, dass Matteo und ich gerade das Licht auch schon wieder hätten anhaben können, aber wir haben es hinbekommen, dass wir alle drei Schalter gleichzeitig kriegen. Also, Parzi kann den Kill auch nicht gemacht haben. Also, Parzi fällt komplett raus, 100 Prozent, weil es waren gerade zwei Kills. Und Blast sagt ja, es waren keine Lover, ne? Waren die Lover? Nein, waren sie nicht. Ich habe erst Franz tot gesehen und jetzt hat ja Wles gesagt, dass relativ recent hiermit gestorben ist. Weißt du mal, wo Franz ist, ungefähr? War? Sein hätte können. Ja, ich habe ihn ungefähr, bevor ich die Task gemacht habe beim Thermometer bei der Lava, habe ich ihn in den Office gesehen. Ich glaube, er ist auch links raus. Oder er ist ins Bessimit rein? Wles, kannst du mir nochmal genau sagen? Parzi, Matteo holt mich irgendwas nicht ab, so, bei den beiden. Ich weiß es nicht. Wir haben uns ja vor, also davor die Runden nicht, wir haben also nur die Runde, wir sind halt zusammen rumgelaufen, wir haben zusammen... Also, Wles, guck mal, alleine, alleine, dass zwei Kills gefallen sind... Aber ich habe echt keinen guten Ansatz, wir können uns gerade nicht einigen, wie wir voten wollen. Warte mal, Wles, du kannst Parts und mich komplett rausnehmen, weil wir waren gerade Light fixen zu zweit. Warum, also da müsste doch jemand sagen, nee, wir waren bei Light. Ihr könnt ja lügen, so, es ist ja... Nee, Light ist ja noch gar nicht an, Matteo, wir haben uns ja gegenseitig behindert. Okay. Wann komm's? Cool, dass ihr mich gevotet habt. Ich war im Coms drin. Ich glaube, Oberbayern ist einer. Bart ist es nicht. Ich habe geskippt, Bart, ich habe dich rausgenommen. Scheiße, ich war die ganze Zeit gemutet, ey. Man. So, hier ist eine Leiche, die ist fresh. Dann war Bart vielleicht richtig, ne? Ganze wegsgepflastert mit Leichen. Oberbayern steht da in der Tür, macht nix. Achtung, wir warten mal. Oh, shit. Ich hoffe, Bart war richtig. Oberbayern und, wer könnte es noch sein? Wer ist denn das hier? Niemand? Ich gehe mal die Task hier machen. Ja, ich drücke heute ein bisschen auf den Button, so, aber... Richtig. Wer hat denn Bart gewotet von euch gerade? Ich habe ihn gewotet. Ich habe geskippt. Ich habe Parts überall gewotet. Wer hat mich gewotet? Wer von euch hat Bart gewotet? Ich habe vier Votes gehabt. Ich habe ihn gewotet. Immer noch. Na, du hast doch gerade fast alle Antworten. Ja. Ich wollte gerade sagen, Oberbayern muss ihn gewotet haben. Jeff und ich skippt. Tim Rose hat mich gewotet. Alle anderen haben... Und Bart müsste mich dann gewotet haben. Ich glaube, Flask überlegt gerade, wen er gässt. Ja, du bist draufgekommen, Tim. Schade, dann gässe ich mich jetzt selbst raus. Ja, okay. Dann glaube ich, dass Bart sogar richtig war, ehrlich gesagt. Wenn ihr jetzt einfach zugebt, dass ihr Bart gewotet habt und ihr dadurch rausgeflogen ist, dann glaube ich tatsächlich, dass er richtig war. Er war halt aus der ersten Runde Megasass. Aus der ersten Runde hatte fast jeder ein Alibi außer Bart. Und... Parts war also halb. Aber da Timmit gestorben ist, hatte dann Parts schon ein Alibi, weil Parts war anscheinend ein Lab. Und Bart war der einzige, der, glaube ich, Bart so hätte töten können. Wenn das im Endeffekt dann falsch ist, dann liege ich halt falsch so. Aber aus meiner Sicht war nur Bart derjenige, der Bart so hätte töten können. Wir haben ja noch zwei Imposter, richtig? Wissen wir nicht, wenn Bart richtig war. Maybe, maybe. Wenn Bart wirklich in Koms war, dann hat er wahrscheinlich Franz getötet. Dann muss aber Tim oder Jeff an Timmits Tod fallen. Also ich konnte ja sagen, dass Bart in Koms ist. Außer Timmit hat geschossen, das kann natürlich auch sein. Er würde nicht auf mich schießen. Nee, nee, dann würde man das auch. Das würde dann die Person doch auch... Also ich glaube tatsächlich leider auch, dass wir noch zwei Imposter haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bart da getötet hat. Ich könnte was troppen, was hilft. Wenn wir noch zwei Imposter sind, dann wäre scheiße. Aber was denkt ihr, wer es ist? Die Imposter haben das halt leider echt gut gemacht, weil wir alle überhaupt keinen Plan haben. Okay, passt auf. Der Kill an Timmit... Scheiße, Alter, ich trau mich nicht. Mach schnell, bitte. Komm, ich sag's einfach. Der Kill an Timmit war eine Leiterkalle. Ja, dann wurde ich Oberbayer. Ja, ich bin immer noch auf Oberbayer. Das finde ich eindeutig. Schon die Runde davor. Ich war aber im Lab. Das ist falsch. Dann bin ich jetzt dabei. Nee. Weil Vlesk ermittelt hier zu viel. Ich hab aber gerade auch... Nee, ist falsch. Oh, wir haben einen Meier, der mit draufgeholt hat zum Glück. Ja, ist aber falsch. Part ist auf jeden Fall unschuldig. Ja, außerdem seid Lover. Dann sind wir eh mehr. Dann sind wir eh mehr. Wir haben sie schon wieder, Matteo. Oh. Ist der Letzte dann Jeff? Ist der Letzte dann Jeff? Oder war das wirklich ein Sheriff-Kill? Nee, 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 nee. Oh, nein. War das ein Sheriff-Kill? Und deswegen hab ich Party rausgenommen. Okay, das ist Jeff. Gut, 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 gut. Das ist gut. Hallo. Ja. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Oh, entschuldige. Ich hab gar nicht realisiert, dass Matteo tot ist. Wir waren ja Lover. Muss ich kurz noch sterben. Gib mir eine Sekunde. Oh, klappt nicht. Der Jeff kam gerade von der Leiche. Ich hab links gefixt. Matteo war vorher kurz Richtung Elektro. Wo ist denn die Leiche? Matteo liegt rechts. Da kam Jeff gerade her. Ja, kann er nur noch Jeff sein? Wir haben ja gefixt. Ja. Was? Du hast auf mich mehr gegessen. Ach du meine Güte. Oh, nice try. Nice try. Das war knapp, actually. Aber vorher war ja unchef. Entschuldigung, war das zu mir leid. Ja, schade, dass er zehn Sekunden davor hat. Nett, dass du meinen Namen in den letzten 20 Sekunden geäußert hast. Das war, aber ganz ehrlich, ich war gerade wirklich so, oh verdammt, wir haben ja noch einen Meier und Jeff weiß, das war dann so, oh Mist, wir haben verloren. Ja, es ist halt trotzdem, es war für mich eigentlich mehr zwischen Mente und dir eigentlich nicht bei Flask. Na, okay. Yes, yes. Naja, aber Flask hat doch gefragt, wer hat Bart gewartet, der hat nur Mente und ich sich gemeldet. Ja, aber genau deswegen, deswegen hat er ja wahrscheinlich eher... Deswegen war ich damit auch zufrieden, weil ich ja wusste, dass, wo ich war, wo drei und vier, so, deswegen war das... Wer war so mit für Dach? Ich war das. Timit. Timit. Bart, ich wollte dich rausnehmen, ich wollte dich safen. Ja, ich weiß. Das verstehe ich. Was denn? Oh, Mazat. Oh, jetzt gibt's Ärger. Mama, nicht jetzt, ich bin gerade. Niklas. Niklas, Niklas. Ich will jetzt eine Gewürselasanie haben. Aber der Killer, Timit war frisch. Aber Terste, du bist halt direkt zum Event gelaufen, deswegen wusste ich halt, dass... Möchte jemand vorher von euch was gegessen haben, Mazat bestellt für alle? Ja, ich hätte gerne eine Gemüselasanie, die nicht in der Mikrowelle explodiert, danke. Ja, und einer, die nicht von der Wand gekratzt ist und bis... Genau in der Wand war nicht dran. Ich hätte eine Pizza, danke. Pizza auch gemacht. Die Erfahrungsberichte will ich nie wieder hören, das klingt ekelhaft. Ich hab keinen Stift gerade. Aber trotzdem, war eine gute Runde. War eine gute Runde. Ja, das war eine gute Runde, auf jeden Fall. Es war knapp. Wenn du dann für eine Twitter-Gruppe schnell erstellen, Bart, dann geht das doch nicht. Du bleibst, Linda, du hast mich aber die runter vor, auch als erstes zu essen. Ich hätt gerade viel Bock auf so diese Sushi-Rollen, die frittiert sind außen. Oh, mit Chili-Mayo, bitte. Also, mal ganz ehrlich, ich hätt Bock auf überhaupt was zu essen. Zwölf Stunden New World hab ich nicht gelassen, die blöde Q. Also, wirklich auch, okay, I see, I see. Oh, bitte fünfmal Chili-Mayo. So, mit Jeffos. Oh, mit, ah, wir sind, ah, aber Cleaner ist immer gefährlich. Vielleicht sollten wir es mal, ey, wir heben Cleaner uns auf fürs Ende. Wir heben uns Cleaner auf fürs Ende, das ist gut. Was haben wir hier? Office Swipe Card, das ist doch hier, ne. So, lass mal rausfinden, wer... Ist doch schon einer gewendet, oder? Oder sind die beide da jetzt rein? Sind die da beide jetzt rein? Oh, Licht ist aus. Äh. Äh, what the fuck? Franz Imposter? Äh... Oh, was? Oh mein Gott. Hä, warte, 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 warte mal. Drei Leute nie! Also... Ich wollte mich schon bei Flaski entschuldigen. Okay, wartet mal, ich muss mich grad konzentrieren, weil ich bin grad schrass verwirrt. Also, äh, im Office liegt auf jeden Fall eine Leiche und ich hab mich selbst gesehen, wie ich von einer Leiche weggerannt bin. Was ist denn da? Und dann bin ich runtergelaufen. Wer kam grad aus Bessemen raus? Ich war das. Dann bist du auf jeden Fall safe. Du kannst es nicht gewesen sein. Aber das ist super, Matteo, weil wir gerade zu dritt oder viert beim Leit waren. Ja, das war so. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber ich verstehe... Tim Horus. Aber muss der Lover dabei gewesen sein, sonst geht's ja gar nicht, oder? Oder bin ich... Ja, ja. Oder der Sheriff hat's gesehen? Nee, das kann nicht sein, wird er jetzt... Nee. Ja, okay, also das ist meine Info. Er hat's gesehen und den Falschen erschossen. Mehr kann ich euch nicht sagen, mehr kann ich euch nicht sagen. Aber das ist gut. Wer war dann gerade beim Licht? Bart, Tim Horus und ich auf jeden Fall. Wer war da noch? Franz. Franz, ja. Also wir sind auch schon mal raus. Ja, mein Problem ist, wenn ich gemorfen wurde, dann... Ich hab halt nicht getötet, Bart. Das ist schon mal wichtig, was wir jetzt... Ja, aber du hast hart reingetrollt beim Leit. Ey, du hast hart reingetrollt beim Leit. Ja, aber das haben wir doch nicht. Kann man mal hier sagen, wer im E-Mail, wie er gecrossst ist? Genau, das ist nämlich mein Problem, weil ich war an Admin, beim Admin-Pult, und dann bin ich hochgelaufen und da war Licht aus und dann sind halt Leute durch mich durchgelaufen. Aber ich kann euch leider nicht mehr sagen, wer. Und am Anfang hat mich keiner gecrossst, soweit ich weiß, oder? Ja. Aber für den Kill kann doch dann nur Oberbayor und Jeff in Frage kommen, oder? Genau. Und der erste, oder? Ja. Wo ist Timmit? Timmit war ein Specimen, Timmit fällt raus. Einige Hinselle aber auch. Okay, 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 okay. Timmit fällt selbst raus. Der erste war in O2 zusammen mit Tim Horus und Tim Horus ist zum Licht gekommen. Ich war noch am Anfang in der Electrical, irgendjemand war noch in der Electrical, bin O2 durchgelaufen und stehe gerade in Weapons und hab Astroiden geschossen. Ja, schade, Jeff. GG, nix ohne besser. Aber weißt du mal, wo die anderen vielleicht liegen könnten? Also, weil entweder hab ich die Leiche bei mir... Vielleicht liegt ja auch eine Leiche im Specimen, Timmit. Oh. Oh, warte mal. Hast du den da gekehlt, das? Aber es geht ja vorsätzlich jetzt darum, dass die Leute, die Matteo noch gesehen hat und die beim Licht waren, nicht der Morphling sein können. Ja, die beim Licht waren, nicht der Morphling sein können. Ja, die beim Licht waren, nicht der Morphling sein können. Genau, das stimmt. Aber Tim mit Puschen oder so mit, aber die Leichen können auch einfach im Specimen liegen, wo er herkam. Wer war noch mal am Licht, oder was? Ey, ich guck jetzt mal sehr schnell. Schade. Sorry, ich hatte einfach nur Spaß. Oh mein Gott, der Mist. Würde ich wohl jetzt sterben. Oh mein Gott, Jeff. Ich guck jetzt im Specimen nach dem Geist, ja. So, okay. Scheiße. Was ein Durcheinander. Ich hätte aber, also ich wusste nicht, ob die Cam an ist, deswegen bin ich umgedreht und hab dann reportet und hab gesagt, was passiert ist, weil Tim mit kam ja gerade auch unten raus. Tim mit kam ja gerade auch unten raus, deswegen konnte ich nicht mehr, also ich konnte nicht mehr was anderes machen. Und ich hätte auch Cooldown, weil ich einen Kill gemacht hab. Das war übrigens, oh mein Gott, ey. Leider ist jetzt Jeff sehr verdächtig. Ich könnte es so machen, ich könnte ganz viele Leute crossen, dann offensichtlich einen Kill machen. Wir crossen Bar so. Wir merken es jetzt alle Leute, die wir crossen. Licht mal kurz aus. Dann gehen wir Lifeline. Niemand tut. Dann crossen wir hier. So, dann gehen wir ans Fernglas. Oh, oh. Tim mit ist gerade... Hä? What the fuck? War das ein Sheriffschuss? Klar. Nee, nee. Mit war Imposter. Äh. Es ist ein Specimen wirklich ein Geist. Sorry, dass ich zuerst rede. Also, wer kann sich jetzt gerade im Moment rausnehmen? Die Person, die bei mir am Teleskop dran steht und die Person, die bei Lab an die Rakete gelaufen ist. Wer war das? Der Erster. Der Erster, gut. Die beiden. Hat das gerade nach oben gerannt von Specimen? Ja, ich bin... Ja, das zähne ich jetzt gerade im Moment. Achso, du fragst mit Morphling oder was? Ja, weil Tim mit hat Tim mit getötet. Tim mit? Ja, wo denn? In Lab oben. Na, äh, vor die Kontur und der Mörder Tim mit ist in Lab im Wendt gesprungen gerade. Ja, da ist aber Mental gerade hingelaufen. Moment mal. Ja, aber Bart und ich, wir stehen zusammen am Teleskop. Ich bin leider noch im Teleskop. Wenn ich das bin, dann ist es Bart auch. Oder wir decken uns gegenseitig. Ich bin leider noch im Teleskop. Ja, aber du bist doch dran gelaufen, als ich schon da war. Ich war doch vor dir dran. Du warst vor mir dran? Ja. Oh-oh. Ein, den ich vor mir habe durchgelaufen sehen, war Tim mit. Wie gesagt, ich war vor dir am Teleskop, bin reingegangen. Das ist doch alles eine große *** hier, ey. Und dann bist du dran gelaufen. Tim, du hast gesagt, du hast die Leichen gesehen, ja? In Specimen? Genau, also ich... Tim, da muss ein Sheriff weitergelaufen sein. Nochmal zu der Theorie. Terste, wenn ich dich... Guck mal, ich sage, dass ich dich gesehen habe. Das heißt, ich laufe dann ins Labor rein, lass mich von Bart sehen, morfe dann zu Tim mit, töte Tim mit. Oder was? Wie soll das gehen? Unwahrscheinlich, ja. Aber ich habe Bart nicht gesehen, ne? Es könnte auch, es könnte auch sein. Nein, ich kann... Jeff, wo warst du? Also okay, weil ich gerade ganz irgendwie ganz gefragt werden wollte, von Franz wollte mich, glaube ich, auch was fragen. Was wollte du? Ja, wo warst du? Ich war unter dem Stein. Ja, ist doch perfekt. Also da bist du doch hochgewendet dann. Du warst aber anfangs auch dort oben, ne? Ja, ich wollte jetzt auch... Und wer ist denn mit Tim mit dem Specimen alles gewesen? Weil der Tim mit ist ja auch aus Specimen gekommen. Er ist ja? Äh, ja. Mente hat doch gesagt, dass er aus Specimen gekommen ist. In der ersten Runde. In der ersten Runde kann man aus Specimen. Alleine. Und, warte mal, ist ein Geist ein Specimen? Ja, deswegen denke ich, Oberbeier ist Sheriff und hat halt auf ihn geschossen und kaschiert das jetzt. Ja, aber dann wäre... Warum sagst du das jetzt? Der Zweite oder nicht? Weil... Wie kann Tim mit sterben, wenn er gekillt hat? Dann war Tim mit... Hä? Ich raff's jetzt gar nicht. Ja, Timur, der zählt halt auch Kacka. So, okay. Mann, ey, ich hab so ein geiles Alibi und dann verdächtigen die mich trotzdem. What the fuck? So, wir könnten jetzt clean anfangen mit Jeff. Wir könnten mit Jeff clean. So, da ist Jeff. So, Jeff. Kill mal, please. So, die Cam ist an. Wir könnten an der Cam killen gehen. Das wäre cool. Jeff hat gerade Baso getötet. Ja, es sind Mantel und Jeff. Jeff hat gerade Baso getötet in Electrical. Nee. Doch. Was? Ne. Jeff hat gerade Baso getötet. Ich war mit Mantel gerade unterwegs. Also... Ich hab nämlich deine Fußspuren gesehen, Jeff. Und plötzlich führen die Fußspuren in den Vent und da liegt Baso davor. Okay, also, was ich sagen kann. Jeff war gerade noch in O2. Er hat die Wasserräder gemacht, hat den Müll gemacht. Wir sind beide gleichzeitig unten rausgelaufen. Dann ging Licht aus. Und dann hab ich ihn nicht mehr gesehen. Das kann ich sagen. Jeff hat Baso getötet. Eintausendprozent. Also, Jeff war ja letzte Runde schon, wenn du das hast, ne? Bart, nochmal. Hast du die Leiche noch umfallen sehen, oder? Ja, ja. Es war Jeff. Ich war aber nicht mal in der Nähe. Also, ich würde ihn auch... Ich bin gerade unter Communication in Richtung Licht gerade. Aus meiner Sicht sind es Jeff und Matteo tatsächlich. Warum? Wie kommst du denn auf mich? Aber Matteo bin ich mir noch nicht so sicher. Ich komme auf dich, weil, als ich die Story erzählt habe mit Sheriff Verdecken und so und Geist und Specimen, klang das für mich so, als ob du dich gewundert hast, dass angeblich ein Imposter gestorben ist, obwohl dein Imposter-Mate noch lebt. Nein, das klang so, da ich mich wundere, dass Timmit aus Specimen rauskam und da eine Leiche lag und Timmit war dann tot. Das würde für mich bedeuten, dass der Sheriff auf Timmit geschossen haben muss, aber er sagt es nicht. Aber Oberbay hat doch gesagt, er ist... Also, er hat... Warum... Ich hab ihn exposed und dann hat er gesagt, warum expost du mich so? Hm... Okay. Hat es ja eigentlich schon. Also, auch ungeachtet dessen, ist ja in der ersten Runde nur noch Jeff jetzt derjenige, der Morphling sein kann. Naja, wir können Jeff rausheben. Oder nicht. Truste hier, Franz. Außer... Aber haben wir hier kein Evil-Guess-er? Außer, ganz blöde Tee, Mäntl ist selber, der Morphling hat in der ersten Runde... Ganz gut. Außer Mäntl ist selber, der Morphling hat in der ersten Runde gekillt und hat einfach gesagt, da war ein Zweiter, oder? Hat jetzt noch irgendjemand gesehen? Gesagt was, hä? Gesagt. Ach so. Das ist, ja, gesagt ist bayerisch für gesagt. Auf jeden Fall, ähm, ist es halt so, ähm, dass ich in meinem Leben schon eine Menge gesagt habe, aber das, was ich jetzt sage, ist, äh... Ah, ich verstehe. Ähm, das ist auf jeden Fall das, was richtig ist. Warum mach ich sowas? Jeff ist derjenige, die wir gewohnt sollten. Dankeschön an der Stelle. Äh, Franz kann ich insgesamt rausnehmen, wenn das, wenn das jetzt wirklich richtig ist. Und Mäntl könnte sich selbst als Timit gemorft haben und Timit gekillt haben, but I'm not sure. Ah, das ist aber Quatsch. Ja, okay. So, das heißt, wir könnten jetzt, und das Licht ist aus, ne? Hm. Hm, also wir könnten jetzt killen und dann versuchen, und dann versuchen, die Leiche verschwinden zu lassen. Das würde ich gerne machen, weil jemand anderes kann ja nicht killen. Naja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Geht noch jemand hier rein? Hm. Ah, da kommt jemand raus, geil. Hä? Warum hat es gedampft, aber es kam niemand raus? So, können wir, können wir, wie könnte ich cleanen? Da oben kann ich ja die Scheibe gucken, lol. Könnte mal einer zu mir laufen, das wäre richtig geil, wenn jemand hier hinläuft. So, ist jemand hinter dem Stein versteckt? So, dann laufen wir hier mit rein, scheiße, wurde ich gesehen von, ach Mann, ey, wie viele sind denn hier? Wer kommt da jetzt gar nicht mit, Mann, die hängen ja auch alle zusammen rum. Also, wenn ich jetzt einen killen und cleanen soll, wie soll das denn funktionieren? Ich glaube, zum 20. Mal hier durch, ey. Naja, dann kille ich jetzt einfach, aber die sind ja so schlafen auf meiner Fährte, ne? Warum laufen die eigentlich zusammen rum? Oh, die Cam ist an. Hier ist zugemauert. Ey. Läuft auch alles schief, was schieflaufen kann. Mein Gott. Okay, Cam ist dann auch zumindest aus. Da ist eine Cam. Hier ist auch niemand. Lass mich raten, da sind alle da drin. Was soll ich machen? Endlich. So, wir warten jetzt und dann cleanen wir 15 Sekunden. So, geil. Weggeputzt. Und stellen wir uns hier dran. So, jetzt suchen die die Leiche natürlich, ne? Guck mal, das ist so leck, wenn ich hier die Buttons drücke. Vielleicht können wir noch jemanden reinbaten, irgendwie. So, dann. Wie viele Sekunden haben wir noch? 13. Das schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Da wird jemand reinkommen, oder? So, 8 Sekunden. Drei, zwei, clean. Nice. So, oh. Hallo. So. Jetzt würde ich gerne gleich Dings ausmachen. Gems sind an. Shit. Oh mein Gott, fein. Es passiert 100 Jahre nichts und dann machst du den schlimmsten Kale auf Erd. Das ist nicht 100 Jahre nichts. Oh, was. Doch, doch. Hast du jetzt cleanet? Krass. Ach, deswegen hast du nicht cleanet. Nein, es kann nicht cleanet sein. Wir sind noch zu dritt. Sonst wäre over. Ich bin safe, du bist safe. Nein, nein, er hat selbst cleanet. Deswegen, das hat mich gewundert. Aber wie kann er so schnell cleanet haben, Matteo? Weiß ich nicht. Was meint ihr mit gecleant? Also, wenn was sehr, sehr dreckig ist, okay? Dann nimmst du normalerweise Wasser, ein bisschen Seife und dann rubbelst du so lange, bis es wieder sauber ist. Ich glaube, damit solltest du dich auskennen. Insofern danke für den Baumhüttel. Ey, aber mega knappe Geschichte. Ey, Mann, ich habe so geschwitzt, ey, dass du doch gerade da reinkommen musst, ne? Let's try with you. Erklärt mir noch ein bisschen, warum das jetzt nicht möglich war, dass wir selbst cleanet. Die Runde ging zehn Minuten oder so. Das war so geil. Aber dass du mit dem Kill gefunden hast, wir haben ja alle gesucht. Tim hat ja auch gesucht. Das waren drei Kill, ihr habt zwei nicht gefunden. Matteo hat zweimal selbst gecleant. Ich habe selber gecleant. Das war einmal Cooldown. Am Tisch hat er gecleant, direkt neben euch. Am Tisch und einmal in Elektrical Zaps. Das war ziemlich smarter hochgebaitet tatsächlich. Krass. Was wunderschön aussah. Irgendwie war mein Report verbuggt, weil ich konnte nicht reporten, aber nachdem ich dann gekillt und selbst reportet wurde, hatte ich einfach ein Detective Report. Ja, da muss ich auch. Ich bin ja ein bisschen älter jetzt auch. Nicht so alt wie manche Leute in den Lobby, aber schon auch ein bisschen vorangeschritten. Ich weiß, für manche Leute hier bin ich nicht so liebenswert. Aber wenn ihr vielleicht doch mal laber bei mir seid, wie wäre es denn, wenn ihr nicht von mir weglauft, sondern bei mir bleibt, dann sterben wir vielleicht weiter nicht. Ja, das wäre... Ich habe eine Sekunde, nachdem die Rune angefangen hat, waren alle Leute im Dropship außer meinem Lover, der war einfach weg. Aber nicht, weil ich es ingenierter am Vorflash quenten. Ja, aber was auch cool war, ich habe dich geschildert, was trotzdem. Ja, ja, ich war auch nice gestern, so dieses erste Mal. Ah, echt? Scheiße. Aber Jeff war noch wilde Kills von dir am Anfang. Ja, ich wollte eben ein bisschen Verwirrung schaffen mit dem Morphling, hat ja gut funktioniert. Matteo, sorry für den Joke. Alle Clips, die ich von dir kenne, von dies, haben irgendwas damit zu tun. Liebe kleiner als drei. Welcher Joke? War es das mal zu altes? Nein. So, okay. So, wir sind Sheriff. Warum laufen die beide zusammen rum? Das ist alles für ein Movement. Was cool ist, wir sind Sheriff. Ich würde ganz gerne mal ballern, aber wahrscheinlich sterbe ich jetzt direkt. Jeff ist tot. What the fuck? Wer lacht da so? Ich lache, weil Jeff genau das gleiche, wie der Pferd, wie mir vor 100 Jahren. Erste Runde tot, zweite Runde tot und so weiter. Egal. Oh nein. Ah, letztes Mal, stimmt. Äh, Donnerstag. Ähm, der liegt office, wenn man von dem Vent da hochrennt, bei Admin. Oh wait, was? Äh, ein Meter höher. Ne, da bin ich gerade dran vorbeigelaufen, da war kein Button und keine Leiche. Also ich war mit Vleskeno 2 gerade. Dann war der wahrscheinlich echt krass recent und der Killer ist weggewendet. Ist ja nicht so schwer, da ist er drei Meter darunter. Äh, also ich war in Lifeline. Als ich dran gelaufen bin, war Jeff tot. Dann bin ich nach links aus dem Office rausgelaufen, Jiburi kam mir entgegen. Mhm. Das kann ich dir sagen. Und als ich durchgelaufen bin, war da kein Button, keine Leiche. Wie lang ist das ungefähr her? Äh, fünf Sekunden, wie ich dran vorbeigelaufen bin und Jiburi habe ich gerade eben vor einer Sekunde getroffen. Also wir stehen ineinander sozusagen. Da muss der vielleicht right away, weggewendet sein. Ja. Also dann muss er... Haben wir Bait drin? Ne, Bait ist nicht drin. Also Tim Horus, von wo kamst du denn du überhaupt? Ähm, ich bin straight runtergerannt aus dem Dropship. Dann habe ich die Note gemacht, neben Weapons rechts, bin dann ins Office rein, wollte an Admin gehen und da lag die Leiche halt dann. Also, über dem Vent. Warum habe ich dich nicht dann gesehen? Das kannst nur du mir sagen. Ich habe dich auch nicht gesehen. Ich war in der Kontakt gerade ins Teleskop geguckt. Hast du wieder einen Kanal vom Teil in die Liste bekommen? Also es kann entweder nur so sein, wie Tim sagt, dass da jemand aus dem Vent kam, gekillt hat und wieder im Vent rein ist und genau zwischen Tim und mir das gemacht hat, was halt super knapp ist. Oder Tim hat einfach selber gekillt und dann reportet. Boah, das wäre richtig dreist. Das wäre richtig dreist, ja. Also knapp 70 Jahre stehen ins Dolge. Bitte? Was steht in Dolge? Knapp 70 Jahre stehen in... Also dafür bringe ich dich... Ah, Franz und Oberbayer? Ja. Hä, Oberbayer, du bist... Oberbayer, du bist 20? Wunderbar. Okay. Ja. Was ist das? Was? Du bist 20? Das ist hier einfach age-shading. Ach du meine Güte. Hey. Ich bin gewartet worden von dem alten Mann. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich bin ja älter wie Franz. Ey, ey, boah. Puh. Was noch? Puh. Kann jemand Tim Horus, Vles und Tim mit töten? Nee, Oberbayer, sorry. Tim mit auch. Was soll das jetzt hier? Ich glaube, der Mayor hat Vles gewartet. Glaube ich zumindest. Also wie soll das denn... Also ich würde jetzt fast schon auf dem Horus schießen, ne? Ich würde fast jetzt schon auf dem Horus schießen. Das klang schon sehr weird, oder? Bup. Sollen wir es riskieren? Ah, ist aber sehr früh, ne? Ich will jetzt nicht sofort... Oh, shit. Vles klickt in Spacimen. Also es ist Franz. Dafür kann mich, glaube ich, Baso rausnehmen. Ja, das war nicht Franz. Bars, bist du noch ein Spacimen? Approvers. Ich befinde mich oben in Deacon. Ah, okay, okay. Und werde kuscht, wie ein Neugeborenes von seiner Mutter. Eine Person ist gerade an Admin gelaufen, meine ich. Das war ich. Also Tim, Horus, kannst du beschreiben, von wo du reingelaufen bist und wie du ihn gefunden hast? Ja, ich versuche gerade irgendwie selbst so ein bisschen zu rekonstruieren. Also ich bin unteres Deacon reingelaufen. Da ist dann anscheinend Oberbayer an Admin gelaufen. Die Leiche liegt kurz vor dem Raum, genau an der Ecke, würde ich sagen. Das ist eine Frage. Und Bart, wenn Bart wirklich nach oben gerannt ist, in Upper Deacon, muss er ja was damit zu tun haben, weil ich habe keinen gesehen, der rausgerannt ist. Also entweder hat er einen richtig schlechten Kill gemacht, weil ich war mit Bart am Anfang der Runde in Spacimen, bin dann hoch vor ihm und er meinte, er ist gerade hinterher. Ich kann nichts sagen. Außer, Tim Horus macht hier gerade eine Challenge. Ich kille Leute und reporte instant. Nee. Ich kann Chiburi, Parzival und Terste für den Kill rausnehmen. Also wenn... Wo war Chiburi am Ende? Ja, Basu kann ich auch rausnehmen. Ich war bei Basu bei Communications Fix, bin mit dir runtergelaufen. Tja, bei Communication links dran. Also wenn wir Tim Horus und Bart glauben, dann ist einer von beiden der Killer, weil dazwischen kann er nichts sein. Dann nehme ich Chiburi und Parzival raus für den Kill. Ja, aber warum sollten wir dann bei der Story dann Tim Horus glauben? Warum nicht? Hä? Ja, warum nicht? Ich kann auch hier Bart worten, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wenn ihr auf meine Stimme hört, wisst ihr genau, was meine Rolle ist. Ja, du bist Lilith Hassibaka, du bist ein Impostor. Okay, hast du überzeugt. Ey, Bart, ich höre keinen das Smell. Werde ich jetzt. Like Bart. Like Bart. In Sachsen, ich hoffe nicht. Bart mit Bart. Bart mit Bart. Bart ist doch so ein Vampirjäger, das klingt ja doch so, ne? Deswegen hat er West getötet. Kann, wäre ein Ara Ara, aber das hat Tim Horus nicht verdient. Ich finde das viel angenehmer als seine Anime-Stimme, Bart. Ja, ist wirklich angenehmer. Ist ein bisschen langsam, aber ist okay. Ja, wir müssen halt ein bisschen auf die Pointe warten, aber das ist okay. Ich bin auch auf 0, nee, 1,5 Speedup. Ach, jetzt wohntet ihr Bart raus. Ich wollte die Stimme noch weiter hören. Ja, ich habe auch geskippt. Ich habe nur Bart gewartet, damit ich jetzt in Ruhe auf Tim Horus schießen kann. Tim Horus, wo bist du? Da läuft er lang. Wir bleiben vor ihm. Wir werden jetzt Tim Horus erschießen. Wir werden ihn erschießen. Scheiße, ich sehe nichts. So, dann warten wir hier. Ah, das ist glaube ich aber ein Fehler, oder? Ja. Fuck, das sieht jetzt echt scheiße aus. Oh, Tim. Ich sage nur, ich war es nicht. Okay. Die liegt in Lab. Okay. Wissen wir, wie alt der ist? Junge, weiß, was auch. Matteo und Tim Horus laufen links in Lab rein. Ich laufe weiter. Lass die beiden alleine und Tim Horus reporte Matteo. Ja, ich bin zum Borger gelaufen. Er ist weitergelaufen. Dann renne ich weiter zum Schalter. Und wer liegt vorm Schalter? Matteo. Aber manche, Horus, denkst du eigentlich, du kommst damit jetzt nochmal durch, oder was? Ich komme jetzt einfach. Der Kill wurde instant reported. Okay, warte, warte, warte. Er hat, ich habe gelogen. Ich dachte, es wäre witzig. Tim? Ich dachte, es wäre witzig, aber er ist Scherer und er hat auf mich geschossen. Deswegen ist er auch mit mir mitgelaufen. Wer? Ich dachte, es wäre witzig, wenn ich jetzt so tue, als ob ich, naja, ne? Ich glaube, dass Matteo irgendwas mit Wenz gemacht hat in der ersten Minute. Nein, Matteo ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen. Er ist mit mir hinter die Steinfalle gelaufen. Ich bin weitergelaufen. Und dann hat er auf mich geschossen im Lab. Ich hätte mich so sollen zum Anfang gerade. Ich habe geschossen. Alter, die Imposter nutzen das gerade, Crew. Ich merke das schon. Ich werde die auch nicht voten. Ich werde genauso skippen wie bei Barty, der das auch nicht war. Oh nein, nein, nein. Aber Bart muss doch dann richtig gewesen sein, oder? Ich habe gelogen und das war nicht gut. Das holt viel zu viele ab, Leute, wirklich. Wenn ich schon skippe, das holt viel zu viele Leute ab. Ja, ich bin es halt nicht. Ich bin Hacker. So, wir machen jetzt alle Tasks. Aber jetzt bin ich echt gespannt. Also, da muss ja Bart richtig gewesen sein. Oder wie ist dann die Situation gewesen, als Wless gestorben ist? So, wir machen jetzt Easy Tasks, Speedrun. Wie lange hat denn das jetzt gedauert? Eins, zwei. Das war nicht. Okay. Oh, Labor, muss ich mega viel machen. So, und das machen wir weiter. Keine Ahnung, wo das Teil ist. So, dann haben wir die hier. Hä? Ah ne, wir haben gerade, Communications ist aus, deswegen sehe ich hier keine Tasks. Upload. Immerhin hast du geschossen. Ja, muss man auch sagen. Aber, also da muss Bart richtig gewesen sein. Oder ich bin absolut verwirrt. So, haben wir hier auch. Aha. Franz ist es. Aber dann ist es Franz alleine. Okay. Ah, ich muss Bart noch ein bisschen oder fünf. Wurde offensichtlich gekleamt. Ja. Oh. Also, ich muss, ich muss sagen, dass ich es nur am Anfang der Runde ein bisschen nerviert fand, dass Timit und Jimmy bei mir an der Stange getanzt haben. Während sie gearbeitet haben. Wait, 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 what? Den hast du dir mal lange ausgedacht, oder? Ja, ja, den habe ich vorbereitet vor dir. Den habe ich vorbereitet. Es wurde gecleant. Die erste wurde gecleant. Okay, dann nehme ich erste, doch, der erste wurde gecleant, ja. Und der Kill, jetzt der letzte an Shiburi, ist gerade gefallen, wo ich an Live Live war und jetzt habe ich es Button gemacht. Okay, wann wurde gecleant, weißt du das? Naja, dann vor knapp 30 Sekunden. Oh, okay. Der erste war also die einzigen, und ich glaube, Parzival auch. Die einzigen, die ich gesehen habe, Parzival und Franz zusammen. Ja, du bist, du bist recht, ganz ehrlich, um Shiburi zu zitieren, du Affe. Aber für den Kill an Shiburi kann ich, für den Kill an Shiburi kann ich Franz rausnehmen, weil der gerade am Admin-Panel war. Nein! Außerdem das. Er nimmt gerade den Killer raus. Ich weiß ja nicht, ob ich auch da nicht bei Oberbayer Franz das Impostor-Duo ist, weil ich hätte Timit eher rausgenommen und Basis auch alleine rumgelaufen. Wir sind es immer mal wieder. Ich bin jetzt die letzten 20 Sekunden komplett alleine rumgelaufen. Ich bin voll bei Timit, weil Timit, ey, wärst du nicht, wärst du nicht zum Stein gekommen, hätte mich Timit weggerotzt. Nein, Timit ist es nicht. Aber warum soll ich ja nicht, warum sollte, Franz, warum sollte er dich wegrotzen, wenn sie Kütter haben? Ja, aber ich schätze mal, der Klin ist gefallen, wo kommt es aus, war und da war ich mit Basis zusammen. Franz, Franz, wer ist denn dann der zweite Impostor, wenn Timit der erste ist? Ähm, du, weil du zuletzt mit der erste in den Lab warst. Ja, gut, dann... Aus meiner PioW. Und Basis war es nicht, weil Basis war vorher aus dem Lab. Wer war dann da zuletzt noch mit Parzi war unten in der Tue? Als ich dann in den Kabeln stand, ist Parzi reingekommen, aber da war noch jemand anderes. Nee, Oberbayers nicht. Obermeier von der GameStar. Timit war es nicht, weil der war zwischenmöglich in Lappen und allein. Aber das muss dann Jibo gewesen sein, Parzi, und dann musst du da Jibo weggemacht haben. Also... No, Basis und... Doch. Also wirklich nicht. Also Oberbayern, Franz allein schon, dass sie sich... Aber wer ist denn unter dir dann auch in der Tour reingelaufen? Also Oberbayern, Franz zählen sich das. Ich hab da... Ich hab da eigentlich in dem Moment nicht so drauf gehabt. Ich weiß, es ist eine super schwache Verteidigung, aber ich wollte hier... Was hast du gewohnt, Timit? Ich hab... Ja, sag doch bitte! Ja, Franz! Oh, Timit! Du kannst Timit verrufen! Oh, Franz! Let's go! Hä? Hä? Aber wie haben denn jetzt alle Parzi gewohnt? Ja, aber warum? Ja, weil das die Poster sind offensichtlich. So, wir bleiben mal bei Franz. Er ist cleaner, so wie ich, letzte Runde. Das heißt, er könnte das jetzt echt noch gewinnen, wenn er alleine ist. Wenn die zu zweit sind, ist EGG. Oder die sind Lover. Lover und Imposter. Und andere Imposter ist tot. Komm her! Ah, nee, Post, Imposter, Post. Du Sau, du wolltest dich verarschen! Ah, er war Lover mit Oberbayer. Alter, das wäre der 70 Jahre gewesen. Franz war Lover mit Oberbayer und dann hat Franz... Ach, krass. Der war super. 70 Jahre. Heftige Runde. Junge, ich bin so ausgerastet, als die Runde weitergegangen ist. Es ist eh gut, dass Parzi, weil Timit vollkommen als Cleaner rausnehmen kann. Ich habe alleine gekillt und gekillt. Nein, nein, nein. Also, was ich... Nee, 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 was ich meinte ist, dass ich ihn halt immer wieder alleine gesehen habe. Also klar, aber ich muss ja auf irgendwen pushen als Crewmate da. Wäre ja auch richtig gewesen. Ich wusste halt wieder nicht, dass Franz Imposter ist. Aber wie habt ihr denn den Kill... Das glaube ich jetzt nicht. Wie habt ihr denn den Kill in Specimen gemacht? An Blast? Wo vorne Tim hoch ist? Und dann ist er einfach raus, oder was? Ja, ich habe bei mir leichen Stimme geblieben. Ich habe Light gejobbelt einfach. Also, ich habe einfach... Was? Oh mein Gott, ey. Er stand noch neben mir, als reported wurde. Und er ist nie weggelaufen. Sollten Jiburi oder Vlesk, einer von beiden, jetzt nicht Subs kriegen von irgendjemandem? Nee, Jeff war als erstes Tod. Ach, schade. Ich meine, sehr gut. Aufgaben. Ja, das war der einzige Grund, warum ich... Oh, schon überlegt, Timit jetzt, ob Timit jetzt gleich muss. Oh, shit, er freut uns nicht, den Wind gönne. Ich war als erster Tod. Oh, gut, dass ich es ja reported habe. Ich bin Timemaster, ihr wisst, was es bedeutet. Steinfalle. Steinfalle, Steinfalle, Steinfalle. So, Timer is down. Und... Shit, ich muss jetzt drücken. Weil es dunkel ist. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot. Fuck, ich muss drücken. Licht ausgemacht wurde. 17 Sekunden. Ich mach mal meine Anfangstask. Dann bin ich auch ein geiler Bait für die Killer. Oh, Franz ist einfach tot. Was? Was? Ja. Liegt in der Apatikon. Bart und Chiburi sind hinter mir gekommen. Hast du den gemacht oder hast du den einfach nur gesehen? An Self-Report, oder? Ja, ich denke schon. An Nature. Weil ich kam von Siena und Oberbayer steht... Ich weiß auch, ich hab nicht gesehen, ob du die Tür aufgemacht hast. Lass mal Oberbayer erstmal reden. Ich hab die Tür aufgemacht. Ich hab davor auch hier... ...ins Weltall geschaut. Tür aufgemacht. Die Leiche gesehen, hab mich noch bewegt. Und hab er gewartet. Dann bist du und Chiburi gekommen und dann repartiert. Okay. Dann kann ich Chiburi dafür rausnehmen, weil die nicht wirklich von links kommen sind. Ich kann Teerst daraus nehmen. Ich bin auf jeden Fall ein paar Sekunden alt. Timit, als du an Weitels warst, war der kill... War der Franz auch schon tot? Ja, war schon tot. Okay. War so Jeff und Tim Horus. Und der kill nicht gemacht. Mhm. Gut. Chiburi nicht. Ja, guter Tag. Ich geste mich. Turium Bart nimmt sich gegenseitig raus. Ja, aber Oberbayer safft für mich aus dem Thema. Ja, aber Oberbayer safft für mich aus dem Thema. Tersi und Timit waren im Office. Matteo, wo warst du? Ähm, da wo Terste war, ich bin... Ah, Matteo, du stehst auf der Camp links, ne, in dem Office. Sorry, ich war gemutet. Ähm, ich bin mit Terste runtergelaufen, er ist ins Office rein. Hm. Ich bin nicht mit reingelaufen. Ähm, du warst in der Camp, es fallen so viele raus, also es bleiben nur noch... Patsi, wo warst du denn? Ich war im Labor. Patsi war hinter. Patsi ist raus. Hinter, dann bleibt... Äh, Oberbayer, sorry, dann bist du das gewesen. Ja, self-report. Ich kill dort, warte, dass die Tür zugeht, lauf nicht raus. Und warte dann, bis die Nächsten kommen und mich auch noch sehen. Ja, das war ein Mindgame. Naja, weil gerade vielleicht kein Lund da kam, ne? Es war ein Geständnis gerade, Leute, es war ein Geständnis. Okay, aber die Leiche lag ja schon. Wenn er gerade runter beim Kill gekommen wäre, hätte er gesehen, wie es umfällt. Ja, das war doch... Ich mache noch eine Legende. Du hast ihn einfach... Der ist doch gerade umgefallen, oder? Nein, die lag... Gut, ich kam vom Scanner. Ich erzähle es jetzt nochmal. Ich kam vom Scanner und die Tür war halt gerade offen, als ich um die Ecke gekommen bin und Oberbayer stand vor der Leiche. Sie ist nicht umgekippt, deswegen kann ich nicht sagen, ob er da gekillt hat oder ob er da halt gechillt hat. Das hat sich gereinigt. Ja, ich habe es auch nochmal geskippt, also, aber... Puh. Also, wenn alle anderen sich ausschließen, dann war es Oberbayer, aber ansonsten... Ich weiß nicht, ob es ein Warlock war. Man hat Self-Report hat wieder geblieben. So, also... Ich würde Oberbayer jetzt gerne testen. Ich würde Oberbayer gerne testen. Wo läuft der hin? Also, wir haben 13 Sekunden. Läuft der wieder rein? Nee, der ist hier nicht. Sechs Sekunden. Der läuft mit Bart zusammen. Warum läuft Bart zusammen mit... Ah, das ist der Grund. Nee. Also, Oberbayer hat gesehen... What? Ey, jetzt hat er geschossen. Okay, geschossen oder Warlock. Eins von beidem. Ja. Wahrscheinlich geschossen, oder? Ja, aber das Problem war, ich stand fast in Oberbayer drin, aber ich glaube trotzdem, dass es eher auf Oberbayer war, to be honest. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht war, weil er mir was gezeigt hat. Was denn? Wenn ich das sage und wir die Gäste haben... Entschuldigung, mach mal. Wenn du damit anfängst. Denke mal, er ist nackt in den Wendt gesprungen. Nee, aber eigentlich ist es nicht schlecht, wenn ich sage und ich rausgegessen werde, dann wisst ihr, dass ich den Kill auf jeden Fall nicht gemacht habe. Shoot, shoot, shoot. Was ist im Lab? Ja. Mein Gott, aber im Lab oben steht eine Camp. Yes. Und das, also er hat mir die AS instant gelaufen und hat die ganze Zeit vor mir gewickelt die Runde. Also kann ich mir vorstellen, dass er dieselbe Placed hat. Ich habe ihm ein Zeichen wie New World gegeben, dass er mir folgen soll. Ja, sehr gut. Ja, okay, aber allein dadurch ist Oberbayer für mich jetzt safe, weil so früh Security Guard zu callen, da müsste dann ja irgendeiner sagen, nee, ist gelogen. Ich mag es zwar nicht gerne, dass man rollen kreut oder so, aber... Matthäus, du hast vorhin gesagt, du wärst mit mir irgendwie von oben runtergelaufen. Ich kam vom Stein, habe dich dann gesehen, bin mit dir runtergelaufen zu Office, du bist reingelaufen. Das ist auf jeden Fall falsch, dann müsste Matteo Killer sein. Äh, wie kommst du denn da jetzt drauf? Oder Chester, wenn wir... Naja, weil ich habe dich links vor Office gesehen, du sagst jetzt rechts am Stein, das ist auf jeden Fall falsch, ne? Nochmal, 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 warte, was? Du bist dann gewendet. Naja, du hast vorhin gesagt, wir wären zusammen runtergelaufen, so. Ja. Ich habe dich aber links von Office gesehen und du hast jetzt gerade gesagt, wir hätten uns rechts gesehen. Oh. Ich war auf jeden Fall nicht rechts, ich war links und bin links rein ins Office. Genau. Und ich denke, du warst oben gekillt und bist dann gewendet und links unten aus dem End gesprungen. Nee, das ist falsch. Vermutig einfach. Also guck mal. Hab mich. Also ich wollte auf jeden Fall mental jetzt. Ja gut, aber willst du nicht anhören, was ich sagen will? Also, wir sind links im Office. Bist du reingelaufen, habe ich auch gesagt. Ich bin mit dir runtergelaufen. Warum soll ich mir denn ausdenken, dass wir rechts waren? Gerade hast du gesagt, du hättest mich am Stein gesehen. Nein, ich war am Stein. Bin zu dir gelaufen, nach links. Du bist runtergelaufen, bist links ins Office rein. Nein, ich bin nicht mit reingelaufen. Ich denke mal, du fliegst jetzt auf jeden Fall. Ich habe geskippt. Also die einzige Möglichkeit, wie der Kill da eben gefallen sein kann, ist, indem jemand gewendet ist und dann zurückgewendet ist oder indem jemand durch Specimen hochgelaufen ist und dann am Ende noch ein Specimen stand. Ey, Lester, bist du mehr? Ja, dann bleibe ich aber bei Teste dran, um meine Unschuld zu beweisen. Ich klebe den jetzt einfach mal am Arsch. Nee, nee. Ich muss jetzt wirklich, also er hat es irgendwie falsch verstanden oder falsch ausgedrückt. Eins von beiden ist passiert. Ich glaube, alle, die hier gerade waren. Scheiße, wo ist ein Teste hin jetzt? Hä? Warum wird die Tür aufgemacht, aber es wird nicht gefixt? Was ist denn hier? Ah, Vlesk. War das gerade dieses typische Los, do something. Ja. Los, hopp. Ja. Zeig es uns, spring. Oberbayer, von wo kamst du? Ich stand gerade in einem Ding unten im Boiler-Room und davor war ich vor O2 an der Rakete. Ja. Und dann war das ein Wall-Up-Kill. An der Rakete? Welche Rakete? Welche Rakete? Ja, die Rakete da oder diesen Masten neben Communications, äh neben Weapons. Ach so. Also ich musste Teste loswerden, weil der hat mich zu stark belastet, deswegen musste ich ihn killen. Ständig. Ständig. War keine Wall-Up-Kill damit? Nee, 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 nee. Okay. Und wer ist derjenige? War Tiro-Room-Standis oder so? Was war das? Weil, äh, das Licht ging aus, ich bin zu Elektrik gelaufen, da war die Tür zu. Jemand macht vor mir die Tür auf, läuft durch, aber fix nicht. Und dann dachte ich so, okay. Dann bin ich runtergegangen, hab selber gefixt und bin dann die Kamera gegangen, da stand Vlesk und dachte, okay, warum hat Vlesk nicht gefixt, obwohl er da reingelaufen ist. Weil ich durch die Kamera gucken wollte. Genau, verstehe ich auch. Und dann hab ich mich einfach über dich gestellt und hab dann einfach gewartet und das war's. Ah, du bist im Camps? Damit, wo hast denn du, was hast denn du gefunden? So, hast du was über die Leiche gesagt gehabt? Nö, liegt in der Auto, über dem, ja, über den Kasten halt, über diesen Müllkasten. Darf ich mal ganz kurz wissen, wo ihr alle wart? Weil ich hab Admin-Info. Am Anfang ein Specimen mit Bobby, dann bin ich Lab raus, Cam könnte mich gesehen haben und bin auch drüben zu Cam, wo Linda, Mäntel und Vlesk stehen. Haben wir Lifeline-Info? Basel, Matteo, Vleski waren also die drei Electrical, während Vleski der in Cam war, richtig? Genau. Dann waren noch drei in O2, Tim mit Leiche und Person X und irgendwie irgendwo anders. Nee, ich bin noch gerade in O2 rein und in den Boiler Room. Ja gut, dann... Wie lange stehst du denn schon in Cam und Vlesk? Seitdem leid's aus dem Vier. Seitdem leid's aus dem Vier. Ich bleib aber, bin auf dem Vier. Ich hab dich in Oberbayern auch in der O2 rumlaufen sehen. Aber Terz du lustigerweise nicht. Wo warst du dann, bevor du in Camps warst, Vlesk? Weiß ich nicht, ich bin von rechts reingelaufen in Electrical, da ist das Licht ausgegangen, dann dachte ich mir so, fix it's. Dann dachte ich mir, nee, ich guck in Camps und erwisch bestimmt den Killer. Hab ihn aber nicht erwischt. Ich hab irgendwie Angst vor Bart und Djiburi, weil wenn Oberbayern den Kill nicht gemacht hat in Upper Deacon, dann hab ich irgendwie Angst vor Bart und Djiburi als Loverkappel oder so. Nee, nee, Oberbayern, Bart und mich komplett rausnehmen. Ja, er hat in der letzten Runde West gevotet. Warte mal, was ist mit Jeff? Wo war Jeff? Ich hab doch gesagt, ich bin Openfield, deshalb Parts bei... Openfield, aha, Openfield, alles klar. Wo denn Openfield? Wo denn? Ich hör noch, wo, wo? Meeting vorbei. Aha, Meeting vorbei kann er sagen. Aber nicht sagen, wo er war. Ha, 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 ha. Ich erfolge dich, ja? Ich verfolge dich, ja? Ich verfolge dich. Oh, scheiße. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich hau ab. Nichts hält mich am Boden. So, in sechs Sekunden haben wir... Ah, Basis-Tot. Bart! Oberbayern, du hast mich in der Tu gesehen, ne? Ja. Ich bin gerade hochgewendet über Jeff in die Kamera und sehe noch, wie Bart bei mir reinspringt und dann neben Terste liegt. Das war das Geiste. Terste ist letzte Runde gestorben. Bart hat gerade... Oder wer auch immer. Nee, Baso war das dann. Baso war das dann. Baso war das dann. Also wir müssten auf jeden Fall jetzt... Ich bin gerade, wo Licht aussah, durch Timmit durchgelaufen, der in Dings reingelaufen ist, rechts in Admin, und ich stehe gerade an dem Pühler, noch ein bisschen drüber dem Pühler, vor Electrical, und die Tür ist noch zu. War die Bully Shifter? Die wurde ja gerade noch nicht gebrodert, oder? Hat die Bart geschiftet? Ja, es kann sein. Wait, aber dann, warte ganz kurz. Also Oberbayern könnte der gegebenenfalls der Morphling nicht sein, Jeff könnte der Morphling sein, weil den habe ich gerade noch im Kurs gesehen. Matheo auch nicht. Matheo und Timmit, ihr nehmt euch das auch raus? Ja, ja, ja. Moment mal, warum nimmst du nur mich raus, Timmit? Weil du ein Live-Hand schießt, Matheo. Das stimmt. Ich bin's wirklich. Ja, aber... Ich bin die Schmerz über mir nicht. Ich bin quasi, weil ich wiederhole. Die Bully ist doch... Die ist doch nicht angezeigt worden. Die waren doch von Anfang an nicht dabei, oder? Ja, aber hat die Bart geschäftet? Wissen wir das? Wahrscheinlich. Die waren ja zusammen mit Spesamin. Naja, aber Jibu war auch mit mir zusammen unterwegs. Das hat mich auch rausgenommen. Spesamin war ich mit ihr nur am Anfang. Genau, denk mal an den ersten Kill. Bart war ja zuerst im Labor drin, hat vielleicht den Kill gemacht, ist dann auf Medical draufgelaufen, dann von Medical runter mit Jibu in den Kill reingelaufen, den Oberbayern gefunden hat. Kann das sein? War auch Lights Out, oder? Erste Runde. Ja, da hat Jibu mich ja rausgenommen. Da waren Jibu und ich auch beide am Lab. Ja, erinnert euch an Sachen. Ich glaube halt, dass wir jetzt auf jeden Fall voten müssen, weil meine Rolle halt gekannt ist. Ja, aber lass Bart jetzt mal verteidigen, bitte. Immer, wollte gerade sagen, danke. Ich wollte die letzten Runden immer gevoten, um mich verteidigen zu dürfen. So, ich habe, wie schon gesagt, erste Runde, stand ich Scanner, Jibu und ich konnte es bezeugen, Oberbay hat mich rausgenommen, Allah hat mich rausgenommen, Jibu und ich habe mich sogar rauflaufen sehen. Die Runde hat mich timid gecrossed, als Lights Out war, als er rechts in Dings rein ist. Ich stehe vor der geschlossenen Tür von Electrical. Ich bin noch nicht drin. Ich habe keinen Kill jetzt gemacht, ich habe vorhin keinen Kill gemacht, ich habe nicht irgendwas gemacht. Wo ist Jeff? Und hat dann Blaster, weil der Kill gemacht, Bart, was? Ich bin in den Kampff, also in der euch alle anderen. Ja, wir müssen hier warten, weil meine Rolle bekannt ist trotzdem. Oder Vlesk, weil Timid ist der Einzige, den ich gesehen habe, die Runde. Das ist App, Freunde. Nee, das schaffen wir schon. Vlesk, Bart. Jeff war übrigens erste Runde. Wie kommst du jetzt auf Vlesk und Bart? Was geht denn in deinem Kopf gerade vor? Viel Arbeit. Shit. Ich glaube immer noch, dass es Jeff ist. Die Frage ist, Jeff und. So, Barty ist hier. Fünf Sekunden. Ich will nicht mit Barty rumlaufen. Ich gehe mal zum Stein. Wir versuchen mal die Steinfalle. Boah. Irgendwann war Theo, Alter. Was? Was denn? Du mit deinem Stein. Was? Lass mich doch, Mann. Ja, ich will das halt trotzdem gerne machen. Ich habe jetzt auch gerade den Engineer Fix direkt benutzt, weil das Problem ist, dass wenn halt die zwei Leute sterben, die dann einfach mich gessen können. Oder mich. Warum? Aber wer? Achso, stimmt, weil du gecalled hast. Naja, und Oberbayer hat gesehen, dass ich das gemacht habe, weil Oberbayer weiß auch genau, dass ich keine Leiche über Jeff in Camps reportet haben kann, wenn ich nicht gewendet bin. Wir haben ja einen Haufen Rollen schon durchgegeben. Naja, deswegen, aber ich denke, bin dann der Meinung, dass wir bei sieben da warten sollten. Wenn wir hier gestern gehen, Ja, dann sollten wir trotzdem bei sieben warten, weil das ist ja schon lange geflogen. Naja, man kann sich das ja auch aufbehalten bis zum Schluss. Richtig. Ja, also, ich habe ja auf jeden Fall Bart töten und wenden sehen. Er ist in den Wendt reingesprungen, aus dem ich dann rausgehüpft bin. Das heißt, es muss ja Bart oder ein Morphling gewesen sein und für den Morphling hat Timmit Mantel rausgenommen. Ich weiß nicht, ob die sich auch gegenseitig rausnehmen würden. Ja, doch. Doch schon, weil... Aber dann würde ich jetzt gerne nochmal über den ersten Kill reden. Da ist ein Aperdicon passiert. Da war ich in Camp. Jeff, Tim Horos und Linda, die waren bei mir. Matteo stand in der Cam, links neben Office. Terste und Timmit waren im Office. Parzival habe ich von links ins Lab reinlaufen sehen. Der war beim Bohrer in der ersten Runde und ist dann reingelaufen. Djiboury hat Parzival rausgenommen. Djiboury ist tot und war nicht Lover mit Bart. Oberbayer ist anscheinend Security Guard. Sprich, für mich bleibt wirklich nur Bart über. Kann niemand alles den Kill gemacht haben. Ich habe ja Oberbayer geproft. Warum sollte ich Oberbayer proven, wenn er der Einzige ist, der Sass ist und ansonsten die Wahl auf mich fällt? Ja, weil dann musst du das Puzzle für mich lösen, weil ich nicht weiß, wer diesen Kill sind, es gemacht hat. Die Werte verrufen soll. Wo war Jeff? Erste Runde etwa. In der ersten Runde hat mich doch Fles rausgenommen. Ich war mit Fles, Baso und Tim Horos. Oberbayer, kann es nur Morlock gewesen sein? Nein, kann es geprüfen. Er meinte doch, als er reinlich war die Leicht schon da. Und ansonsten meinte Mantel nur, dass jemand gewendet sein kann. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Nein, nein, das hat Terster gesagt. Aber ich gebe euch jetzt meine Rolle auch noch. Ich bin Detective. Ich habe deswegen Partie überhaupt in den Lab reinlaufen sehen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wenn ich Iwe Gesser wäre, hätte ich doch schon lange gegessen. Aber vielleicht bist du Morphling oder so. Oder Trixx und Lex-Hangler-Boxen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es blieb auch noch für mich, Bart. Ach guck mal hier. Ich muss ja wirklich noch machen, die Task hier. Warum ist sein Counter, warum ist sein Kill-Counter, ich wusste das Erste, ich wollte ihm die Falle stellen übrigens. Warum ist mein Kill-Counter langsamer als seiner? Also ich wusste, dass es Jeff ist, weil er mit mir hochgelaufen ist. Ich wollte ihn da reinbaiten und dann Time-Master machen. Aber warum ist er kürzer als seiner? Schon immer. Ich dachte, die wurden gleich eingestellt. Scheiße. Ja, also ich bin ja schon seit drei Runden davon überzeugt, dass es Jeff ist. Oh, gute Kill-Counter. Ah, und? Nee. Nein. Nein. Nicht. Nein. Okay. Partsy, wo bist du? Jetzt wieder im Office. Was? Ich bin das, der vor dir in Light reingewendet hat, gefixt hat und wie herausgewendet das Jahr. Das war ich. Ah, okay. Ich bin nach wie vor der Engineer. Wie hätte ich ein Button nach dem Fix callen können? Also ich hätte ja daraus spekulieren müssen, dass der Engineer jetzt meine Sabotage fix, damit ich dann Button drücke. Ja, das Problem ist einfach nur, ja, ja, alles gut. Das Problem, wo bist du das? Let's in Office? Ja, an der Lifeline. Wie hat es da? Muss ich es ja nur aus der Harnung. Die waren beide schon tot, als ich dran bin gerade. Also Bart war ja richtig. Sollte ja meine Story auch bestätigen. Ja, 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 alles gut. Ja, dann kannst du es tatsächlich nur Jeff sein, weil, also die Sache ist, der Kill-Party liegt direkt out of Office, also direkt, du hast Licht angemacht, ich bin rechts raus, da lag der Kill. Was ist das electrical? Autos Office? Ja, nee, electrical, sorry. Ja, man, du bist doch von rechts reingekommen, Timit. Ich bin von unten, ich bin von unten. Oh, okay. Ich war in den Camps, da habe ich Lesk und Oberbayer gesehen. So vier und fünf. Aber warum hast du denn so lange gebraucht, die Leiche zu finden, Timit? Weil ich überlegt habe, ob du den Kill gemacht haben könntest. Ah, okay, okay. Man muss ja auch mal dazu sagen, eine Basis-Tot und Jeff tötet Anna und Baso. Oh, das ist jetzt deine Begründung, das ist jetzt auch ein bisschen schwach. Zehn andere Leute, die auch wahrscheinlich Baso töten. Ja, aber bei dir ist es mir schon ein bisschen aufgefallen. Jeff, ich glaube, außer dir gibt es ziemlich genau zehn andere, die ja auch Baso töten können, ja. Das ist richtig, soweit. Ich bin in der ersten Runde tot. Das ist, also, ich habe das zumindest... Ist ja auch nur Spaß, aber ich bin auch ein bisschen... Kam erst später, so dritte, vierte Klasse. Aber dann kann es für mich auch nur Jeff sein. Ja, ich bin in der ersten Runde. Ja, Bart, den kick ich jetzt auch noch. Ja, aber dann müsst ihr die Stars noch schnell machen, ne, Timit? Also, wir haben noch drei Leute. Das Thief-Game, ich weiß nicht, wenn ich mal wieder Zeit habe dazu... Nee, der Kill unten in O2, das muss ja... Aber ich kann es dir nicht sagen, wann. Da waren Timit und Oberbayer, die hätten es zu offensichtlich gemacht. Der an Franz... Das ist die Jay, ne? Das waren Bart und Jeff. Das kann der Jeff gewesen sein. Bei Bart, die war er auch nicht da. Du bist eh geschildert, du kannst dich schildern. Das Einzige Wichtiges jetzt noch, ich würde gerne wissen, wie der es aus Bart's Sicht aussah. Ich würde es wirklich gerne wissen. You can't die, you can't die. Ruby ist einfach als Lover-Imposter gestorben und ihr habt mich wieder random gevotet. Oh, ja, stimmt. Nein, ich, äh, ja. Ich habe noch evil gegessen können, aber ich dachte mir, eventuell kann ich mich noch rausreden. Naja. Das war ein guter Kill, du hättest nur Pech, dass alle rausgenommen werden konnten, aber das war, dass da so viel Verwirrung da war, das war krass. Hättest du Oberbayer nicht mit die Kürtigkeit rausgenommen, hätten wir ihn vielleicht rausgewordet bekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte mir genau dadurch das Waterproof-Alibi holen, so, was ich durch Oberbayer und Jiburi dann gehabt hätte, aber leider... Wer hat Franz gekillt? Äh, Rewald-Mod-Liste um Medical Tab erweitern, weiß ich nicht genau. Hat er mir gesagt, habe ich mit Mathieu Wipp oder Rippen, dass du gleich importiert bist. Und er mein Mülleimer. Ich hoffe, ich bin nicht gleich importiert. Parzi hat es gesehen und dann... Ich habe mich wirklich so erschrocken. Ich schief es eher ehrlich. Ich dachte auch, ich gucke mal, was am Licht passiert ist. Wendet da hoch, Bart springt in meinen Wend rein. Ich glaube, ich hätte einfach aggressiv gegen Parzi pushen sollen. Vielleicht hätte ich dann eine Chance gehabt oder so, aber schwierig. Ja, es war wirklich unglücklich. Ich bin nicht aggressiv genug. Ich bin einfach zu passiv. Du bist immer zu nett. Wie Les schon meinte, da wurde halt so gut ausgeschlossen, dass es halt schon knapp war. Ja. Und nachdem Oberbayer dann auch konfirmed war, war es halt... Na, Tim Horus, du guter Schenz? Äh, was? Ich war aber halt echt open field. Hä, was? Tim Horus hat dich fünf Runden lang gerettet, dadurch, dass er sich erschossen hat. Was? So? Ja, der Oberbayer war nicht im Security Guard. Ich danke dich mal. So und so. Wir dürfen nicht direkt in ein Bench springen, weil sonst sehen die, dass sie blau sind und ich bin der Einzige, der direkt unten rausgelaufen ist. Sodele, dann lass mal ein paar Tasks machen. What? Why? Kann ich eigentlich auch sehen, ob Leute im Bench sind? Nee, das kann ich nicht. Sehr zu op. Okay. Ist gerade jemand runtergelaufen von den Camps? Lass mal gucken, wer das war. Oh, nee. Hier wird gleich Licht ausgemacht und ich werde es fixen. was soll das? Was soll das? Und Lightfix. Come on. Ich will direkt Light fixen. Komm, komm, komm. Ja. Let's go. War der Kamera gerade kurz an? Weiß ich nicht. Ist jemand am Stein? Don't know. Wir checken jetzt mal, ob jemand tot ist. Parzi kommt rausgelaufen. Sind ja alle hier. Tim Horos ist tot. Hä? Oberbayert Report. Hallo. Hallo. Können ganz viel ausnehmen. Naja, ich war gerade Asteroid schießen. Tim Horos kommt angelaufen. Fällt neben mir um. Dann können wir doch nicht so viel rausnehmen. Standen aber richtig viele gerade. Dann wird richtig geskippt hier. Ich kann doch aber nicht der Einzige sein. Genau. Jiburi, Fless haben sich safe bewegt. Ich habe mich auch bewegt. Ich habe mich doch, ich stehe am Download. Lass mich nicht so bewegt. Du bist gerade von der Lifeline zum Download gelaufen, als Tim Horos umgefallen ist. Nö, mein Download ist bei sechs Sekunden gerade. Genau. Ja, nee, das stimmt schon, was Franz sagt. Ah, okay. Ich kam reingelaufen rechts und bin an Lifeline ran, da war Tim Horos schon tot. Aber ich habe mich offensichtlich bewegt. Mhm. True. Baso ist auch raus für den Kill. Cool. Home. Finde ich gut. Du siehst nach unten gelaufen, zu Open. Also ich glaube, dass das Donau war. Ich meine, die hat auch Reaktor direkt am Anfang. Ich bin Donau, ich habe eins von elf. Ich bin immer so grundlegend Sasser Franz, wenn er mir ein Alibi gibt. Weil normalerweise, wenn Franz Crew ist, dann sagt er immer in der ersten Runde so, hm, den wort ich. Ab sofort, acht Runden lang. Okay, Fless, dann gib mal Infos und dann zweifle ich die Infos an. Mein Dauerung ist bei sechs Sekunden. Und du bist halt wirklich genau von der Lifeline weggelaufen, als dem Hohes Geraden. Ja, ja, also, das ist dein Haus. Aber hat sich Franz bewegt, ist die Frage. Ja, hat er. Sag nein, Timmit, sag nein. Nein, nein. Oh nein, jetzt ab mich. Ich bin im Lab jetzt. Ich kam gerade aus Lifeline. Da hat Matteo mich vorher gesehen, weil der kam gerade vom Stein, als ich an ihm vorbeigelaufen bin. Das stimmt. Erst hast du einen Warlock Kill gemacht. Ich bin runtergelaufen. Ich wurde von Timmit gesehen. Timmit, du hast mich gerade noch mit Baso verwechselt. Ich bin ins Westman, also im Deacon. Baso nimmt das einfach an? Hä? Nee, ich habe gesagt, dass ich nicht in Artman gelaufen bin, sondern von der Lifeline zu Weapons. Habe ich gesagt, nachdem. Ja, richtig. Achso, das habe ich nicht gehört. Aber als erstes, hast du dich da in Gang gestellt und dann einfach gewarlockt? Habe ich tatsächlich nicht, nein. Aber in der Schleuse zum Warlocken ist smart, weil da ist man immer alleine. Nee, ich habe im Specimen gewarlockt. Achso, Jeff. Also nächste Woche gebe ich dir aber keinen Save. Will das aufpassen? Oh oh, Flask, jetzt bist du sass. Ich wäre vorsichtig jetzt, Flask. Tu's. Was hat das mysteriösen Tod auf sich? So, wir haben mal so einen Warlock. Das heißt, wir wollen nicht... Ist das hier ein Hörspiel? Ja. Da ist zugenagelt. Nicht so geil für mich. Nein, hier ist auch zugenagelt. Scheiße. Jiburi kommt... Was war denn das für ein Movement von Jiburi? Hä? Okay, Jiburi ist Killer. Muss ja weg. Hä? Mein Herz. Also wie ist denn Jiburi gerade gelaufen? What the fuck? Er hat einen Button. Er hat einen fucking Button. Gott. Er steckt mich in den Wend, da kann er mich glaube ich nicht töten, oder? Hier ist... Der Wend ist zu. Oh mein Gott. Terce, schützt mich. Schütze mein Leben. Schützt mein Leben, ihr beiden. Schützt es. Schützt es. Schützt es. Schützt mein Leben, bitte. Schützt mein Leben. So. Ich gehe mit, Tim, mit dem Trust ich. Wer ist im Specimen? Aber Specimen. So, lass dich Buri erstmal. Part T liegt am Admin-Table. Und ich habe gerade vier Leute im Lab gesehen und drei Leute bei O2, glaube ich. Im Lab war niemand der Killer, weil der Wend zu gespackst ist. Ja, aber ich meine, also die, dann sind die ein... Aber ich weiß nicht, wie alt der Kill ist. Ich weiß actually nicht, wie alt der Kill ist. 70 Jahre. Also ich habe gerade noch ein gutes Stück gewartet, weil ich halt noch an Lifeline rangegangen bin, bevor ich reportet habe. Also ich habe noch mal so drei, vier Sekunden gewartet und er war halt vorher schon da. Keine Ahnung. War der Kill schon tot, als Jeff an der Lifeline war? Nein, war er nicht. Dann ist er ja noch nicht so alt. Nein. Dann ist er ja noch nicht so alt. Ich bin da ja auch an der Lifeline. Dann, Jiburi, dann hast du gekillt, bist kurz weggegangen, dann nochmal an Lifeline, dann zurück und dann reporten. Nee, also Jeff war vor dir an der Lifeline, Jibu. Ja. Und ich bin dann zu Lifeline gelaufen. Ja, Jeff. Also ich kann sagen, wie alt der Kill ist. Ich war an der Lifeline, da war er noch nicht tot. Dann bin ich zu Communication gelaufen, habe den Upload gemacht. Also in der Zeit, wie man da hinläuft und den Upload macht, also ungefähr 15 Sekunden ist er alt. Ja. Kurze Frage, ne? Ja. Kurze Frage. Der Kill nicht, Upper Deacon? Nein. Nee, nee, nee. Admental. Admental. Achso, was hast du gesagt? Admental mit Upper Deacon? Nee, nee. Timmit hat gefragt, wer ein Upper Deacon ist und habe gesagt, ich finde das. Nee. Achso. Nein, wir beide stehen. Ich wollte wissen, wer ein Specimen ist. Achso. Der erste. Der erste ist ein Specimen. Ah, okay. Weil du bist dann auch safe. Ja, Timmit war im Lab oben. Blesk, Matteo, Franz und Terz sind safe. Ja. Warum ist Terz safe? Der kann den Kill in Admin gemacht haben und durch... Nee, nee, der war mit uns im Lab. Er ist ja oben reingelaufen, dachte ich, oder? Achso, er ist oben reingelaufen. Der Wend ist zu, oder? Genau, der Wend ist zu. Da kann, also es ist echt schwer für die Leute, die oben im Lab waren, irgendwas gemacht zu haben. Hey Bart, wo bist du? Oh no, Bart. Oh, Openfield. Ich schreite mir die Kabel über Linda an. Was wird sich unter diesen Kabeln verbrechen? Das stimmt, weil ich stehe nämlich aus. Ich bin schon die ganze Zeit in Security. Okay, ich gebe dir Info, nachdem wir gewotet haben, weil damit nicht drauf gewotet wird. Was denn? Bart ist auf den Steintrick reingefallen, aber bei der anderen Rakete. Das heißt, Bart hat eine Rolle, mit der man sieht, dass Leute hinter Objekten stehen. Bart und Shiburi. Bart, 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 Bart. Du killst mich aber jetzt nicht hier, Obermeier, oder? Bin weg. Niemand fixt leid. Ich würde da so gerne reinwenden, aber ist alles zugeballert. Also Security Guard ist einfach heftig unterwegs. Die Tür ging hier auf, bei Labor. Habe ich erschossen? Nein, hat er nichts. Hat er nichts? Hä? Also, wenn du so jetzt hä sagst, dann war Bart der Sheriff und hat auf dich geschossen. Kann das sein? Das wäre übeldum. Jemand hat Bart weggehauen wahrscheinlich. Bars erzähl mal. Boah, ich hoffe, also, wenn du der Sheriff bist. Was ist denn jetzt schon wieder los? Anyways, ich erzähle jetzt einfach, was passiert ist. Ich war unten in der Tür, Licht ist ausgegangen, ich habe meine Flasche noch gemacht, bin oben zum Electrical gelaufen. Obermeier stand schon am Electrical Kasten dran, dann ist Licht angegangen. Wir sind rausgelaufen, haben vor Electrical Bart getroffen. Fuck! Obermeier ist nach rechts rausgegangen, ich bin nach links zu den Camps gelaufen, bin aber direkt wieder zurückgelaufen und sehe nur noch, wie Bart umfällt und bin jetzt halt Superstars auf Obermeier, weil du da gerade noch mit mir warst. Ah, sehr gut, er fliegt, aber er fliegt. Ich bin mittlerweile bei der Camp neben Communications. Bin gleich wieder da. Und hast du jemanden gecrossed? Weil, wenn du das nicht warst, dann musst du ja denjenigen gecrossed haben, der deinen Kill gemacht hat, weil von links und Camp ist er nicht gekommen. Ja, dann warst du das Hase, sorry. Oh, Hase. Ich habe auch Hase genannt. Das ist ein Geheimwort. Hase. Geheimwort für... Ich habe eine Frage, wer war eigentlich in Storch? Was, wer ist deutsch? Wer war in Storch? Ich bin so deutsch. Also, ich weiß jetzt nicht, wie Matteo rausgeworfen wurde. Vielleicht hat ihn jemand wenden sehen, oder beziehungsweise der IWG ist aber vielleicht. Ja, das haben wir gewendet. Als Ingenieur, keine Ahnung. Aber das Problem ist, Obermeier, wenn du mir jetzt nichts anderes gibst, wenn du mir nicht gibst, ich habe jemanden gesehen oder sonst was, dann... Ich habe ihn halt nicht rechts mehr rauslaufen gesehen. Nenn sie Hase, nenn sie Hase. Er ist mit dir nach links. Und ich bin nach unten gelaufen, ich bin da auch keimgegrossed und... Das wäre ein schlechter Kill. Ich bin zwar bekannt für schlechte Kills, aber... Ja, das wäre ein schlechter Kill. Es war entweder der Most Sneaky Kill von irgendjemand oder Oberbay hat einfach gekillt. Herr Jeff hat gesagt, irgendwer ist in Storch. Herr Jibu hat gesagt, sie war es... Hä? Ja. 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 Vielen Dank. So, was geht ab? Ist er geflogen? Ist Oberbayer geflogen? Genau, Claire, was du schreibst, genau so war es, glaube ich. Ja, wir haben es relativ einfach, glaube ich. Und zwar Franz, Jeff, Oberbayer und Terz, da sind raus für den Kill. Wo liegt sie? Also, da ich das Mikrofon habe, Timmit, ne? Ja, ich habe es eigentlich auch gelöst gerade. Ja, kannst du danach auflösen. Okay, mache ich, alles klar. Hast du gesagt, Franz Oberbayer und Terz? Und Jeff sind safe, ja. Und ich. Nee. Das kommt jetzt drauf an, wo sie liegt. Dann kann ich vielleicht rausnehmen oder nicht. Deswegen frage ich die ganze Zeit. Ja, Timmit braucht immer 50 Sekunden. Ja, aber es ist ja Jeff dran. So. In Security. Sorry, Timmit. Ja, dann ist es Jiburi. Der Kill ist aber 44 Sekunden, Alter. Ja, ja, es ist trotzdem Jiburi. Der Kill ist gefallen. Ich habe gesehen, Oberbayer, Franz, Jeff, Terz da. Weil du zu Security gelaufen bist, wir dann an Lifeline waren. Matteo, was schätzt du, wenn du ein Prozent vom Chat nicht alle Tasks auf der Map kennen? Ich war kurz an Kärn, weil die Rückwahl sind und bin runtergelaufen. Jeder kennt alle Tasks, wir sind Profis. Und von Weapons bin ich jetzt hochgelaufen. Matteo, wann machst du Urlaub nie? Wer war ein U2? Also, okay, Quico, dann machen wir das. Wir machen VIP oder RIP. Wenn ich nächstes Mal Impostor werde, wirst du VIP. Ich würde sagen, Bart oder Mäntel getötet. VIP, wenn ich nicht Impostor werde, dann drehen wir für RIP. Ja, das kann sein. Also, erstens war ich nie bei Bart und Mäntel. Zweitens war ich gerade im RIP. Wer will sie nie sehen? Also, 40 Sekunden oder wie auch immer. Also, ich war ja an Atmetable, weil ich ja auch schon fertig bin. Ich habe gesehen, dass ein Punkt in Elektrike war. Da dachte ich mir, okay, da wird dann wahrscheinlich eine Leiche liegen. Dann dachte ich mir, okay, ein Punkt auch in U2. Wer das auch immer war in U2. Und der Rest war halt so, auch aufgeteilt. Ein Punkt war mal, Terce kam dann und Timmitt kam dann auch mal. Ich werde mein Skin nicht ändern, weil ich mag ihn richtig gerne. Und dann ist es auch nicht so verwirrend für die anderen Spieler. Matteo, hast du Erfahrung mit Tinder oder anderen Dating-Apps oder Plattformen? Vorher war ich auch in der Natur, ja. Ich habe noch nie, also die einzige Plattform, die ich benutzt habe, waren damals StudiVZ und MeinVZ, ich habe nie Reaktoren gemacht, die Sau. Aber ich habe nie, äh, ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Ihr habt ja gerade alle rausgenommen, außer Blesk. Und ich war in Weapons und er hätte es, er hätte es, er hätte es, der an Atmetable hätte mich ja gerade safen können, aber er hat es nicht, Jeff, glaube ich. Knuddel es leider auch nicht. Ne, habe ich, äh, bisher, habe ich nicht gebraucht. Ich schreibe mir genug von euch auf Instagram, die ich dann absagen kann. So. Hast du auch keine Dates? Nein. Matthias, komm bei Definitive, dein großes Halo-Comeback. Ich will mal reinschauen, aber großes Halo-Comeback, glaube ich, nicht. Sorry, Divo. Äh. Ja. Ja, da musste man hauen, ne? Aber dann... Dann stimmt. Seid ihr da nicht alle dazu, äh, verleitet, Barso zu glauben? Und dann halt einfach, das Pferd ist dann Oberbayer, oder nicht? Ne. Der den Kill gemacht hat, so ein bisschen. Warum sollte ich Leitz fixen oben rechts rauslaufen? Ich habe ja noch gesagt, Barth ist links mit Barso und dann gelaufen. Ich habe Barth gar nicht mehr gesehen. Ich bin rechts komplett alleine gelaufen. Bin Richtung Coms runtergelaufen. War schon in der Höhe Coms. Und dann ist sie reported worden. Warum sollte ich dann da oben killen? Und Divo hat ja auch noch gesagt, sie waren Storage. Ja. Weil Divo hat gesagt... Aus Splitcat hätte ich mir wieder Bock. Sorry, Divo hat gesagt, Jeff kann, sollte sie rausnehmen können. Aber Jeff konnte es nicht machen mit der Admin-Table-Info. Ich bin davon überzeugt, dass Matteo uns alle nur trollt und eigentlich in glücklicher und kinderreicher Partnerschaft lebt. Weil der Kino war ja schon länger da. Komm gleich nach Hause, dann kommen so meine 17 Kinder, so ein Angerannt. Sie hätte ja vorher die Kämmerung, dann in den Autoren. Dann nehme ich so und werfe die wieder in die Küche. Deswegen war für mich schon Siburi trotzdem sass. Deswegen habe ich sie nicht komplett rausgenommen. Ja, glaube ich auch. Aber dann hätte ich jetzt eher im Kopf, dass wir noch den zweiten haben. Und dann bin ich eher bei Oberbayer. Ne, 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 ne. Hat Oberbayer nicht. Aber Oberbayer war richtig nach wie vor. Aber dann wäre Siburi nicht richtig. Aber wer hat das Kämmer gemacht? Ja, oh, ich wollte hier Blask. Ne, 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 Timmit. Nein, Flask stand hinter dem Stein. Aber ich spüre auf den Sachsenhausen. Ich glaube, Franz in der ersten Runde die Rolle geklaut. Ich glaube, mein ganzes Leben und dreimal war ich in Sachsenhausen. Da war niemand sonst. Franz, stimmt das? Ach, die beiden sind Lover. Oh, never mind. Also, pass auf. Ich bin Sia. Ich kann alle rausnehmen, als der Kämmer gefallen ist. Blask war der Einzige mit Jibu, der nicht da war. Deswegen sage ich ja, dass es Jibu ist. Ich bin nachdem, nachdem ich den Kill an Lifeline gesehen habe. Können alle Kinder von Matteo kurz mal eine Eins schreiben? Dann sind wir gemeinsam zum rechten Reaktor. Stell dir mal vor, was der wirklich ist. Das ist doch gelogen. Ich bin rechts raus. Ich gucke hier einfach nur meine Kinder zu. Und das sind einfach jetzt 2000. Ja, und ich habe vorhin gesagt, Bart hat mich da gesehen, weil ich habe mich da versteckt gehabt und er hat einen Reaktor angemacht. Ich weiß das nicht. Oh, oh. Mit meiner Rolle. Oh, 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 oh. Ich habe, ich wusste nicht, wenn das jetzt falsch ist, ich war mir, wenn das jetzt falsch ist. Tim, ich finde es nicht. Es muss dann wieder ein Terster sein und der ist irgendwie durchgeschlüpft. Ich habe auch einen Zwo-Log maximal. Nee, ist richtig, aber ist halt. Ist das klar war, oder was? Ihr seid, ich habe halt den Kill da oben nicht gemacht. Wie? Also, Jibu-Ri war okay. Okay, dann. Wisst ihr, wisst ihr, was das schlauste Play der Runde war? Ich habe einfach dem Medic seine Rolle geklaut, um dann zu sterben, damit der Time Master wieder einen Sinn ergibt. Wow, nice. Das war so lustig. Ich glaube, in Blasgrolle war Medikor. Er war so geschossen. Ja, ich war das. Ich war davon wegen Bart war richtig und Bart hat Jibu-Ri und Bart hat Reaktor. Ich habe gar nichts gemacht. In meiner POV sahst du aus, als wäre ich weggelaufen und wieder hingelaufen und Bart wäre einfach umgefallen. Also, es sah bei mir nicht so aus, als hätte er auf mich geschossen, sondern er ist halt einfach umgefallen. Nee, Five Nights habe ich nicht geklaut. Und wenn ich meine Rolle einmal nutzen, bevor ich hier gevotet werde, prove wenigstens Linda und that's it. Oh, aber du hast den ersten Kill gemacht? Ja, den ersten, aber... Ja, okay. Ich habe Linda und Bart bei euch beide, wenn jemand anderes drüber redet, dann hakt ihr ab, ihr beide. Ich weiß nicht, was die Echo-Unterdrückung ist oder so. Ja. Das ist eigentlich auch so. Same. Jibu-Ri? Kann ich einfach mal mit mehreren Leuten reden. Was denn? Wegen dem einen Call, den ich ja vorhin gemacht habe, wo du in Storage warst, dachte ich halt, dass du da runtergewendet bist in Office, aber gesehen hast, dass da der Vent zu war und dann wieder zurück in Storage reingelassen. Ich war nie in Storage. Das hat mich total verwirrt. Weil ich gefragt habe, wer in Storage war und ich habe nur deine Antwort gehört. Jibu hat ja trotzdem den Kill auf mich gemacht. Was hältst du von einer RimWorld Week, die gesponsert wird? Wer soll dir denn sponsern? Wer sollte sponsern, dass ich RimWorld spiele? Okay, dann my bad. Dafür hatte ich ja Oberweil rausgecallt, auch wenn das nicht war, aber er war ja trotzdem beim Post also. Ja. Naja, aus unserer Sicht war es schon... Meine Kinder, okay. Der einzigsten volle Voter in Oberweil, leider. Ich habe mich halt hinter dem Reaktor versteckt, Bart, die ganze Zeit, weil ich Medic war und Franz geschildert hatte und ich sterben wollte. Und dann ging der Reaktor an, kurz nachdem er gestorben ist. Ich dachte, du hast einfach gesehen, dass ich da stehe und wolltest die Leute halt hochlocken. Jetzt kommt es auch an, ob wir importiert werden. Leider nein. So, geht los. Achtung, jetzt entscheidet sich. Ich bin seit neun Monaten dabei. Wir reden über Matthäus' Kinder und eine Schwangerschaft dauert neun Monate. Nee, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Ich bin nicht Matthäus' Sohn und nun im voller Pracht. Ich will ihn nicht töten, ich will ihn nicht. Bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht. Bitte töte ihn nicht, bitte töte ihn nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. Oh nein, 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 kein Doublekill, kein Doublekill. Nein, das ist zu gefährlich. Einfach raus hier, einfach raus. Nein, 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 raus hier, raus hier, raus hier. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Nicht töten, nicht töten. Oh mein Gott, ich piss mir in die Hose. Oh mein Gott. Neblesk. Neblesk. Mein Herz, ey. Gämm ist an. Hi, Oberbeier. So, wollen wir mal zum Lesk gehen, kleinen Besuch abstatten. Ne, du gehst runter. So, ist die Cam an, da muss ich hier faken. Nein, sie ist nicht an. Faken wir hier kurz. Jetzt geht es Dings aus, oder was? Ah, da ist einer im Vend drin, schaut mal da. Jemand chillt in den Vend, Moment. Nochmal machen. Naja, dann halt nicht. Terz, du könntest. Äh, nee. Entweder wurde Mäntel gewollockt, oder Mäntel hat gekillt. Ich hab's nicht ganz gesehen. Ich bin Richtung Camps gelaufen, bin gerade um die Ecke und dann ist er umgekippt. Perfekt, dankeschön. Wer ist er? Hast du gekillt, Mäntel? Ja, leider. Also, ich war auch gleichzeitig in Camps drin, aber ich hab auch gekillt. Echt jetzt? Sag mal, wo die Leiche war, Bart, nochmal, bitte, für mich. In dir. In mir? Ja. Ich bin in Camps, die Camps sind an. Das stimmt. Ich glaube, sie sind gerade in der Sekunde an, deswegen kann das bestimmt jemand anderes bestätigen. Ich kann euch sagen, weil ich in den Camps gesehen habe. Also, Vlesk an Lifeline. Wen hast du gecrossed? Wichtiger. Oh, das ist aber schon länger her, Matteo, mit Vlesk an Lifeline. Nee, das ist ungefähr fünf Sekunden her. Nee. Achso. Aber dann hast du viel gemacht. Also, Camps waren an. Ja, also, wen hast du gecrossed? Gecrossed habe ich. InSpecimen. Warte. Partsy. Oberbayern. Ja. Warte, warte. Terzter habe ich gecrossed in O2 unten. Genau. Terzter hat dich auch gecrossed, weil der bei dir kurz in Camps reingedippt ist. Aha. Okay. Wichtig. Franz, haben wir uns im Labor gecrossed oder so? An der Schleuse? Ich kann mich nicht... Warst du in Spessimen in die Runde? Warst du in Spessimen? Ja, aber nicht mit dir. Ich bin aus Spessimen rausgelaufen. Mit Timmit. Timmit habe ich auch gecrossed übrigens. Ich kann euch sagen, wenn ich nicht gecrossed habe. Jeff, Vlesk, Azo. Die habe ich nicht gecrossed auf jeden Fall. Und Jiburi weiß ich nicht genau. Warst du mich gecrossed? Jibu hast du auf jeden Fall gecrossed bei Jibu auch bei dir in Electrical Camps, weil sie wäre potenziell ein theoretischer Warlock, der kurz zu den Camps reingelaufen ist. Ja, aber warte mal. Wenn doch die Leiche auf mir liegt, warum geht ihr von einem Morfling aus? Ich stehe doch da gerade. Ich stehe in den Warlock. Ach so, Warlock. Oh, sorry. Okay, okay. Ich bin dumm. Warlock. Deswegen ja weh, wenn du gecrossed bist. Also ich stand gerade mit Timmit. Das kann das nicht gewesen sein. Und Jeff. Matteo. Ja gut, dann wissen wir aber schon mal, dass Vlesk, Bazo und Jibu... Ne, warte mal. Nur Vlesk und Bazo auf keinen Fall Warlock sind. So, ich bin keine Lichter. Hallo, ich habe dich nicht gekreuzt mit. Und wir kamen Jiburi und Jeff rechts rein. Wenn die sich jetzt gegenseitig rausnehmen, sind sie entweder Lover, entweder Imposter. Ich bin nicht rechts reingelaufen. Oder warum bin ich kein Warlock, Matteo? Ich habe dich doch tausendmal gecrossed. Du hast mich nicht einmal gecrossed. Wo denn? Doch, bei Electrical sind wir zusammen rumgelaufen die ganze Zeit. Könnt ihr euch rausnehmen, Jeff und Jiburi? Ja, ich bin mit dir links. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Das stimmt. Wir sind zu Electrical gelaufen und ich bin runtergelaufen. Du bist reingelaufen. Stimmt. Lesk auch. Ich habe keine Rolle mehr. So. Wir haben ja gesehen, wie Leute in... Okay, wir haben also einen Warlock. Das ist natürlich... Also das heißt... So, ich gehe jetzt nochmal in den Cam. Gehe ich jetzt ins Labor. Also, oh Mann, ich hätte glaube ich mit Ausschluss... rausfinden können. Shit, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ähm... Ich hätte mit Ausschlussverfahren vielleicht rausfinden können... Ähm... Wer Engineer ist. So, Licht geht aus. Warum sehe ich denn hier nichts? Ich gehe mal Live-Line. Ja, schwierig, schwierig, schwierig mit so vielen Leuten. Storage war gerade eine Person. Storage war gerade eine Person. Das könnte... Das ist schwer zu sagen. Communications 2, O2 2, Electrical eine Person. Labor ist rausgelaufen. Weapons eine Person. Lass mal gucken, ob wir bei Weapons was machen können. Kamera ist aus. Wurde hier zumindest nicht gesehen. Das ist wieder Licht aus, ne? Scheiße. Man, ey, ich komme... Also, es sind so viele Leute unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie ich killen soll. Ich weiß nicht, wie ich killen soll. Wir campen aber auch die Lifeline die ganze Zeit, ne? Wir müssten mal Communications ausmachen und die ganzen Türen zu. Hey, wie soll man hier einen Kill machen? Oh, da ist ein Kill. Da ist ein Kill. Wir stehen an Communications. Jeff, Franz, Oberbayer und ich. Warte mal, da war noch einer, oder? Der ist der. Der ist der. Franz fällt an Jeff um via Wallachers. Jeff, Terste und ich bewegen uns, bevor wir reporten. Wer bewegt sich nicht die ganze Zeit? Oberbayer steht immer noch an der Kommstrasse, nachdem sie gefixt ist. Ich hatte die links noch auf. Was war das denn? Die war schon längst gefixt. Ja, aber ich hatte es ja trotzdem noch auf. Das schließt sich nicht. Deswegen, das schließt sich nicht. Ja, aber du siehst ja an der Seite oben, ob es gefixt ist oder ob es noch kaputt ist. Ja, habe ich aber nicht hingeschaut. Ach. Ach, dann wieso. Doof, wenn ich reportet werde, ne? Ganz ehrlich, ich würde dafür Oberbayer sogar ernsthaft verteidigen. Aber ich glaube trotzdem, dass er... Also, es kann gut sein, dass er da auch gewollockt hat, aber ich würde behaupten, das kann nicht mal passieren, dass von der Traste bleibt. Aber ich bin ja erst in den Camps gelaufen. Aber ich glaube trotzdem, dass Oberbayer hier in einem Poster ist, weil wir waren irgendwie zu dritt oder zu viert an Lifeline. Oberbayer läuft rechts raus, das Licht geht aus. Auf einmal sehe ich Oberbayer ein Admin wieder. Warum würdest du jemals, wenn da eh drei, vier Leute stehen, nicht einfach zum Licht gehen fixen? Also du bist hier in Electrical reingegangen, Licht geht aus und dann... Ne, bin ich gar nicht reingegangen. Ich glaube, Chiburi hat einen ganz gravierenden Imposter-Fehler gemacht. Oh, welchen? Erzähl. Scheiße, wenn du das so sagst, glaube ich irgendwie, dass du Crewman bist. Nein, 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 ich möchte es wissen, ich möchte es wissen. Was Imposter-Crewmates ganz gerne machen, äh, Imposter ganz gerne machen, wenn Licht gefixt wird, dann läuft man rein, dann steht man zu dritt am Licht, alle drücken den Schalter. Eigentlich denkt man, das Licht geht schon wieder an, aber ein letzter Schalter wird wieder umgedreht. Und dann läuft Chiburi weg, obwohl das Licht wieder ausgegangen ist, während Linda und ich wieder zum Fixen laufen. Und Chiburi hat es aber nicht gemerkt und ist einfach rausgesteuert. Ich habe es gemerkt, aber ich dachte mir so, ja, okay, irgendein Scheiter. Das ist so... Aber ja, ich habe mir in dem Moment das auch gedacht, dass es wirklich so geschaut ist. Ich wollte dich dafür nicht, aber ich bin halt jetzt die ganze Runde so, wie er sass auf dich und ist Kredi weg. Das ist okay, aber im letzten Grund habe ich auch schon zwei Votes bekommen, obwohl ich gar nicht irgendwie da drin war. Aber ich war ja im Office-Gebäude, da waren drei Leute oder so, die mich gesehen haben. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Hat die Story gestimmt, oder? Der ist auch an die umgefallen, ne? Ja, der ist an mir umgefallen. Ja, ja, okay, gut. Also ich weiß nicht, warum ich, Armin, das ist doch so offen. Ich kriege einfach irgendwie die Votes. Ich habe dich nicht mal gevotet, Chiburi. Ich habe dich auch nicht gevotet. Ich hätte sie voten können. Ey, wir haben fast keine Zeit, wir müssen jetzt eigentlich voll... Wir müssen jetzt mega schnell Kills machen. Es sind halt so viele Leute unterwegs, echt schwer. Ja, und ich kann auch gar nicht die Rollen ausschließen, weil Security... Weil sie... Ah, wir haben... Warte mal. Ja, Terste ist... Dings. Terste ist... Terste ist gerade gewendet. Okay, wir haben Terste schon mal. Terste als Engineer. Den heben wir uns auf. Oh, fuck. Jiburi verteidige dich. Jibo jetzt... Das habe ich genau gesehen. Ich war Sheriff. Ich war Sheriff. Sheriff. Oberbayer war es. Hast du mir die Rolle geklaut? Ja, das auch. Ich war aber kein Sheriff. Ja, aber wirklich, bevor ich jetzt komme. Ähm, noch jemand. Oberbayer war wirklich Imposter. Ich bin der Sheriff. Ich habe auch gerade vor Bart und Tim mit versucht zu wiggeln und denen zu sagen, guck mal, da ist Oberbayer. Ich schieße jetzt auf den, aber keiner wollte mitkommen. Tschüss. Du bist doch gerade im Meeting, hast du doch gerade gesagt, da würde dich Oberbayer jetzt sogar für rausnehmen. Warum hast du den Schluss? Ja, weil ich gesagt... Was macht der Sheriff immer? Nee, ich habe gesagt, ich würde Oberbayer sogar dafür rausnehmen, dass er quasi als Warlock, also mit der Task, aber ich meinte, er wäre trotzdem Imposter. Okay, ich kann das zu 100% stetigen. Parzi hat mir nämlich die Rolle geklaut. Ich bin Crewmit. Hey, Tim mit habe ich überhaupt nicht. Ich war von Anfang an Sheriff. Was soll das jetzt? Aber das ist Terste. Und warum hast du jetzt gegäst? Engineer wahrscheinlich, oder? Ja. Aber Parzi, wie erklärst du es denn, dass das stehen bleibt als Imposter an der Task? Wenn er geworlockt war, wenn er die Task gar nicht offen hat. Also er kann sie nicht offen haben. Er ist ja ein Poster. Erkläre ich gar nicht. Also ich glaube auch, dass Oberbayer, da der Warlock war, das Einzige, was ich sagen wollte, war, mir ist das auch schon voll oft passiert, auch als Crewmate, dass ich einfach in dem Ding das noch gefixt habe, obwohl es schon lange fertig war. Das Ding ist, das kann man ja gut als Ausrede verwenden, weil jeder weiß das eigentlich schon. Ich wollte nur sagen, dass das für mich nicht der Maingrund ist, dass er Imposter ist. Aber... Ich wollte eigentlich noch fragen, letzte Woche noch, äh, letzte Woche, letzte Woche, ob jemand anderes vielleicht stehen geblieben ist, außer Oberbayer, weil wir nur... Warte mal, Linda ist ja auch tot. Hä? Tu. Wait, Baso ist tot. Wir sind Linda verschwunden. War kein Report. War kein Report. Sie hat geschifftet wahrscheinlich. Ich meinte, er wurde geschifftet. Nee, nee, es war ein Joke. Aber warte mal, mit wem ist Linda rumgelaufen? Dann wissen wir, wen sie geschifftet hat vielleicht. Also, dich hat sie ja dann nicht gecrust, Matteo. Du meinst ja sogar, dass du da... Nein, nein, das war die erste Runde, wo ich, äh, das war die allererste Runde. Nein, nein, gerade die Runde danach. Also, G-Wur die Imposter-Votes bekommen, da bin ich relativ sicher. Auch wenn ich anfangs hasst auf sie war, aber Oberbayer und so, die haben, glaube ich, auf sie gewartet gehabt. Ja. Bestimmt. Sie meinte, sie waren Combs, zusammen mit Jeff, Oberbayer... Und Terster. Terster, genau. Aber die Runde ging da lange. Sehr lange. Ja, ja. Schwierig zu sagen. ...woten, damit wir sicher sein können, dass, äh, er raus ist. Ich kann mal nach dem Postal-Votes raus. G-Wur kriegt schon wieder die Votes. Was ist das? Ey, Tim, du bist dann... Oder es ist ein Mayor. Ja, ich bin der Postal. Oder es ist ein Mayor, der Trott. G-Buri bekommt Votes, nicht von den Postal. Das ist strange. G-Buri bekommt Votes, aber nicht von den Postal. Wer von den beiden... Wer von den beiden... Man kann auch nicht hier raus werden. Das ist alles zugenagelt, ne? Das ist so ätzend, dass hier alles komplett zugenagelt ist. Wie soll ich denn hier Kills machen? Also, wir könnten theoretisch hier reinlaufen. Och, Mann. Schieß auf Jeff, nicht auf mich. Oh, ich hab mich sogar umkreist. Dann bin ich... Ich hab doch gesagt, kommt mit nach Duisburg, wenn ihr ein Poster seid, wenn du ihn verfolgst. Nee, Jeff war auch da. Ich wollte dich schützen, Timmit. Ich wollte dich schützen, Timmit. Ja, ich hab euch alle schon die ganze Runde überbeschützt, wollte ich nur mal gesagt haben. Bitte. Können wir nochmal ganz kurz erklären, wer G-Buri gewartet hat? Weil ich hab... Also, es könnte sein, dass wir noch zwei drin haben, was ich nicht glaube. Aber warum hat G-Buri zwei Votes? Also, es macht eigentlich nur Sinn, dass die Imposter und der verlorenste Crew mit draufhaut. Und deswegen denke ich, die beiden Imposter und Timmit. Ja, es ergibt Sinn. Ey. Ja, gut. Okay, hast recht. Aber, äh, ja. Am Ende hat sie es wirklich. Aber Jeff ist Imposter. Nee, ich weiß es nicht. Nein, ich bin Imposter. Okay, ich weiß nicht. Vielleicht auch, außer wegen dem Leck oder so, weil es ab und zu leckt, auf mich sogar geschossen. Nein, nein, nein. Der hat auf mich geschossen. Jeff ist zu einer Milliarde, Prozent kein Imposter. Okay. Und dann nehme ich sogar die krasse Blamage in Kauf. Weil wenn der Warlockkill an Komms war, wo Oberbayer daneben stand, dann würde der keinen Warlockkill machen, wenn der zweite Imposter noch da steht. Weil dann ist Oberbayer, ähm, der zweite Imposter und der Warlock killt man noch nicht in einem Stack. So, da ist doch die Chance übel hoch, dass du einfach deinen Imposter-Kollegen wegtrüßt. Wo ist der das Imposter? Wart ihr denn alle auf einem Haufen direkt? Ja. Das war, äh, G-Buri, das war in den Camps zu sehen. Du warst auch in Camps. Warum hast du das nicht gesehen? Ich auch in Camps. Und dann drei wilde Hühner, die da rumlaufen. Ja, aber Dünner. Aber nicht den Killer an sich. Ja. Aber ich schwöre dir, wenn du jetzt ein Imposter bist, ich bin so sauer. Aber wenn Timit... Ich bin kein Imposter. Könnt mich ruhig auch aufsorten. Timit jetzt geprooft ist durch den Schuss. Und Vlesk, warum auch immer Jeff hunderttausend Prozent rausnimmt. Kann Jeff dann auch Vlesk so rausnehmen? Weil wenn ja, dann bleibt ja nur noch Bart. Nee, das war nur meine Logik, dass Oberbayer nicht in einem Stack Warlock killt, wenn Jeff daneben steht. Aber Jeff könnte natürlich einfach der Warlock-Design. Das geht auch. Aber ich weiß nicht, wie das genau passiert ist. Ich war da geworlockt. Wir können auf jeden Fall auf jeden Fall wissen, dass ein Imposter raus ist. Das wissen wir jetzt. Aber ich bin cool, da hast du schon richtig geraten. Also einer ist raus. Müssen wir mal schauen. Wer hat noch mit auf die Bury gewartet? Ich nicht. Das gibt ja keiner zu. Aber warum gibt es denn keiner zu? Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe nicht aufs gewartet. Ich habe geskippt. Ja, zwei Imposter und noch jemand halt. Aber es ist so egal. Wir haben Meier. Es sind sieben Votes. Genau, es ist der Meier. Matteo, bist du Imposter? Aber warum tollt der Meier mich? Ich will rausfinden, Scheiße, man. Ich habe Lesks das gecheckt, glaube ich. Ich will rausfinden, wer der Meier ist, um den Meier zu evil guessen. Warum klebt ein Bart eigentlich so ein Tim mit dran? So, 10 Sekunden. Wir machen mal Communications aus. Shit, ich hätte das eigentlich killen können. So, wir chillen jetzt hier. Machen alle Türen zu. Er liegt halt richtig krass an der Tür, ne? Könnte eine gute Falle sein, wenn niemand an Camps geht und niemand von oben kommt. 4 Sekunden. Ist hier oben schon auf? Ne, hier ist er zu. Ich kann Jiburi nicht töten. Ich habe gerade Kill-Button gedrückt. Es ging nicht. Ha, ich darf reden, Bart. Ich darf reden. Ich habe geportet. Du hättest dir keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können, um das so zu sagen. Bist du mich gerade von meinem Chat rechtfertigen, wo mir nie jemand zuhört und dann kommst du so, aber red gerne, los. Nein, mach du. Ja, cool. Die Leiche von Tim mit liegt am Ausgang von Rotou und hinter der Tür. Danke. Es haben Coms gefixt. Jeff, Vlesk und ich. Jeff kam, glaube ich, als letztes. Vlesk, keiner. Ich stand als erstes da. Cool. War er da schon tot? Da ist er gestorben und dann war ich los, habe geguckt, weil er Communication faked und ja. Cool. Dann könnte es Vlesk gewesen sein, aber ich habe keinen Plan, wo Menden und Jiburi sind. Doch, habe ich ein bisschen, weil ich bei Admin zwischendrin war, glaube ich, und da war eine Person rechts oben. Ich habe mit Jeff gerade Live-Line-Admin. Ich habe den Admin noch im Laufe gesehen. Ich bin da vorne kurz Elektri-Glammer hochgelaufen, bin aber sofort rechts zu Live-Line. Elektri-Line-Bereich-Lesk. Wart ihr? Bart und Jeff können die ich gegenseitig rausnehmen. Nö. Also für den Kill kann ich euch drei rausnehmen, also Bart und Flesk. Aber Jiburi ist am Anfang ins Specimen reingegangen, also bleibt nur für mich Mente übrig. Ich war Electrical, habe die Kabel gemacht und bin rausgelaufen. Jiburi ist mir entgegengelaufen, je nachdem, wann der Kill war. Wo bist du nur rausgelaufen? Aus Electrical, aus der Tür. Die wurde direkt hinter mir wieder geschlossen. Äh... Sicher? Ja. Jiburi, du bist mir gerade entgegengelaufen, oder nicht? Mente, okay. Äh, ich werde gegessen wahrscheinlich. Ich bin Detective. Mente ist nur zur Tür gelaufen und wieder weg. Das hat man anhand der Fußspurng gesehen. Die Tür war zu, also er ist nicht rausgekommen. Jiburi, du bist... Deswegen frage ich sicher. Deine Fußspurng kamen von unten gegen die Tür und dann nach rechts mir entgegen. Ja, aber als ich vorhin in Electrical... Die kamen nicht von drin, dann hättest du... Nein, Jiburi, okay, nochmal. Also, ich habe vorhin in Electrical drin, habe Kabel gemacht, bin dann rausgelaufen aus Electrical, dann bin ich zum Stein gelaufen, wieder zurück. Und dann bin ich an die geschlossene Tür gelaufen und bin dann dir entgegengelaufen. Aber du hast gerade gesagt, ich bin da rausgekommen nach den Dings-Tars und da ist Jiburi mir gekreuzt. Warum ist jetzt auf einmal noch ein Stein dazwischen? Ich sage das jetzt nicht mehr, Matteo, ich sage es danach, aber du bist... Ja, das ist nicht fair, wenn ich so sage, glaube ich. Aber Jiburi, bist du durch das Bestmeldet durchgelaufen? Oh, doch nicht skippen. Mäntel. Fuck, ich hätte jetzt mehr nicht skippen sollen. Die werden mich ja jetzt... Aber ich kann auch Meier vielleicht voten, ne? Ich kann... Einer von denen ist vielleicht noch Meier. So, was müssen die... Und wir drücken... Wir haben noch Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Zwölf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss dann drauf gessen, dass einer von den Meier ist. Okay. Na gut, also Mäntel probierst du zu gessen. Und ja. Ich habe nicht eine einzige Chance, der zu gewinnen ist, zu gessen. Weil Bart war links, ich war rechts. Und Pless liegt einfach auf dem Office. Wollt ihr noch ein paar Infos geben, wer vielleicht was ist? Ne. Das muss ich jetzt selber rausfinden. Scheiße. Ich habe einen Meier auf Jeff gegessen. Okay, okay. Nice guy. Boah, ich wollte das ja auch gemacht, Matteo. Ich dachte auch, er ist Meier. Ich dachte mir so, ich stehe mich in den Fall. Wenn die Vollwurz von dem Meier da sind, dann ist es immer timid. Ja, ganz, ganz, ganz. Also, Entschuldigung. Ich lasse dir da nicht drauf gekommen sein. Also, drei Leute haben mir gesagt, Jiburi ist vom Licht weggelaufen, als es aus war. Ja, aber das war ja trotzdem so ein... Dafür kann man sich erstens, glaube ich, nicht rauswoten. Und zum anderen war halt, Oberweil, trotzdem viel mehr ist was. Also, das hat mich... Ja, viel mehr. Ich wollte es am Ende nicht mehr sagen, weil die Zeit halt immer so kurz war. Ja. Aber... Du hattest in der ersten Runde, hattest du Oberweil und mich rausgenommen, so bei dem Warlock-Kill. Da war Oberweil halt als Warlock bestätigt quasi. Und da war ich relativ klar, die ganze Zeit, dass du bist. Aber ich bin nicht dazu gekommen, sozusagen. Aber wie gesagt, auch mal als Warlock im Stack einfach Kill drücken. Meine Votes waren richtig verwirrend. Ja, so gut, dass Reinoche nicht direkt raus hatten, Oberweil, aber ja. Hast du noch nicht gemacht, als Meier. Du bist ja sofort erschossen worden. Also, hätte ich mit auf Jiburi gewartet, wäre sie rausgeflogen durch den einen Vot. Guck mal, wie verwirrend ich das gemacht habe, weil man sich ja dann dachte, dass der Meier noch lebt, weißt du, was ich meine? Das war ja krass. Ja, das war so krass, obwohl die Votes ja gar nicht mehr waren, als Spieler in der Lobby. Also, unser Strich hat auch Timoth für die Runde gerettet. Ah, nee, warte mal. Blast hat bei mir im Chat mit gerade geschrieben, ich hatte Oberweil ja mit verdächtig, weil ich bin ja mit ihm durch Specimen gelaufen. Oh, echt? Ja, ja, ich hatte nur rausgenommen, dich und... War ich komplett rundlos als auf dich, Jiburi. Ich hatte nur dich und Basel rausgenommen und dann hast du ja gesagt, er muss gecrossen, dann habe ich nur Basel. Oh, er war der beste Meier. Oh, du hast uns gerecht. Ja, du hast schon recht, ich bin dumm. Ja, so würde ich das jetzt nicht sagen. Würde ich jetzt auch nicht so sagen, aber... Ja, schon, aber nein. Aber Matteo, hättest du aufgepasst, die Runde davor, hättest du gewusst, dass ich sehr bin, weil ich ja, wann der Kee passiert ist, ja gecallt habe, obwohl Communication aus war. Aber das ist ja so, das ist ja trotzdem schwer. Also, ich hätte auch irgendwie mehr auf dich gehauen. Letzte Woche war das dann. Ja, hast du geschiftet? Ich habe Matteo geschifftet. Wie ich in den Event gesprungen bin, genau, ich habe gesehen, wie du oben bei Camps in den Event gesprungen bist, dann habe ich das direkt benutzt. Oh, Matteo, ja. Ja, ich habe mir schon gedacht. Aber ich dachte, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich gedacht, dass nur noch der Warlock drin ist und wäre vielleicht anders gewesen. War ein schöner Abend. Inseit 2020, meine Freunde. Ja, war nice. Du hast ein nice Day. Ja, das war super. Ja, die Meier-Runde ganz cool. Eine Runde Naraka zum Abschluss? Nee, okay. Okay. War schön, macht's gut, ciao. Danke für den Namen. So, okay, wir drehen jetzt noch ganz schnell. Wipp oder Ripp, dann gebe ich ab an Leon. So, wir machen das hier mal zu. Ich muss noch ganz schnell für Grieco VIP drehen. Das war ja aber natürlich jetzt wild. Das war jetzt natürlich jetzt sehr wild. Wir machen einfach so. Let's go. Ah, laut. Da holt man echt geile Runden dabei. So, Grieco, du wirst einen gesamten Tag VIP. Glückwunsch. Slash VIP und dann at Grieco. Da ist er. So, Glückwunsch. Geh Z in den Chat und dann viel Spaß mit Leon. Ja, Mafia. Meine Familie, die kommen aus Italien. Die haben, in Italien haben die alle umgebracht. Jetzt bin ich hier und diese Straße gehört mir. Guck mir in die Augen. Du bist der Mörder und ich weiß es. Und du weißt, dass ich es auch weiß. Und ich weiß, dass du es weißt, dass ich es weiß. Was willst du mit von mir? Ich schubst dich jetzt nicht mal, wenn ich es sehe. Ich bin 1,50. So.